Dann starte ich jetzt auch mal mit Aufnahme. Ja, mach das, dann schalte ich, switche ich schon mal um. Oh, ja. Und dann kannst du dir vorstellen, ich hab einmal, da hab ich gerade angefangen, wirklich, ich hatte vielleicht fünf, sechs, sieben Streams gemacht bis dahin, hab ich ein Rate mit hundert Leuten bekommen. Oh, meine Fresse. Ja. Aber es war nur englischsprachig, was ein bisschen ungünstig war, weil zu dem Zeitpunkt hab ich mich noch weniger getraut, Englisch zu sprechen als jetzt. Ja, kann ich verstehen. So, dann machen wir mal den hier, das an, das an, äh. Guten Tag zusammen. Ich muss mal kurz gucken, welche Audiospur ich noch brauch, damit das hier alles funktioniert. Ich glaub, die da brauch ich noch. Sollte passen. Ein Träumchen. Juntach, da bin ich. Sind wir, wie auch immer. Ich glaub, deine Musik ist lauter als du. Das sollte sie nicht sein. Jetzt sollte es besser sein. Jo. Oh, ich hab mir heute das Shure MV7 Plus oder so angeguckt. Das ist halt schon geil, aber 320 Euro für ein Mikrofon ist so... Hm. Ich erst mal geguckt, Online-Impressum, damit ich meine Spenden wieder reinmachen kann. Ja. Hab ich auch gemacht. Ich hab, äh, ich kann dir da mal einen Link schicken. Äh, ja, ich hab das Online-Impressum von, äh, was in SCG immer vorgeschlagen wird, da bin ich draufgegangen. Hallo Team Endercraft. Genau, und da überlege ich jetzt, ob ich das jetzt, äh, machen soll. Die Frage ist nur, ob ich vorher einen Gewerber anmelden muss, weil dann kann ich auch gucken, dass ich dem Twitch-Support schreibe, ob ich nicht doch wieder affiliiert werden kann. Macht's Sinn. Genau, aber, ja, vielleicht kommt das bald irgendwann. Irgendwann. Ja. Ne? Ja, irgendwann, ne? Genau, irgendwann. Irgendwann kommt das bestimmt nochmal. Wenn, wenn alles gut läuft beim Strömen. Beim Strömen. Aber halt, das, das Shure, das sieht halt schon... Ich weiß nicht, kann ich das... Ich kann das doch bestimmt mal kurz. Ich lau mir hier mal kurz einen Tab. MV7 Plus. Ach. Okay, ich möchte das gerne... Ich möchte bitte nur ein Bild aufmachen und nicht auf Amazon gehen, weil ich Angst habe, dass da irgendwas im Stream auftaucht, was da definitiv nicht auftauchen sollte. Dann geh doch einfach auf Google Bilder. Warum? Ich habe es umgestellt. Ich habe... Ich habe es fucking umgestellt. Warum benutzt er jedes Mal Yahoo? Kann ich dir nicht sagen. Ich will dich nicht benutzen. Ekelhaft. Hallo, Lala. Hallo, Lala. So, jetzt nochmal. Hure MV7 Plus. Bilder. Jetzt benutzt er immer noch Yahoo. Jetzt benutzt er Google. Will der mich verarschen? Jetzt benutzt er wieder Yahoo. Was ist das denn? Wenn ich Google, Google, komme ich auf Google. Wenn ich was anderes Google, komme ich auf Yahoo. Ähm, warte mal. Ich glaube, ich könnte sagen, was das ist. Nee, hier war es nicht. Sonst macht man einen Rechtsklick oben in die Leiste rein. Ja. Da gibt es den Punkt, äh, Suchmaschinen und Webseiten verwalten. Löschen. Löschen. Und ich glaube, bei einer kannst du dann, äh, auf die drei Punkte gehen und als Standard festlegen sagen oder so. Ja, das, äh, ist bei mir jetzt gerade Google. Ich lösche einfach alles andere. Alles andere weg. Ich muss es auf Bingen. Wer benutzt das denn bitte? Außer ich auf der Arbeit, weil bei unseren Datenschutzrichtlinien eingestellt ist, dass wir, dass auch der Standard von Google Chrome jeden Morgen auf, äh, Microsoft Edge zurückgestellt wird. Und es ist einfach nur fucking nervig. Ich hab gar keinen Bock drauf. So, wenn ich das jetzt hier hin mache, müsstet ihr das vielleicht sehen können. Ja, da. Es ist fucking amazing. Ich hätte es gerne. Ja. Äh, ich glaube, ich hätte das andere. Ja, hier ist halt das Gute, dass du es halt, ähm, per XLA oder per USB anschließen kannst. Ja. So, und ich hätte es gerne. Ich will es haben. Aber 320 Euro hab ich definitiv nicht mal eben übrig. Nicht nach der 300 Euro Rechnung von meinem Auto. Oh Gott. Hm. So. Genug geraged über die Suchmaschine Yahoo. Ach, ich hab hier einen Durchsicht, äh, Durchblick. Ist gut. Äh, ich glaube, sie meint XLR. Der Mikrofon XLR. Ach so. Oh, ja, XLR. Entschuldigung. Der Mikrofonanschluss für, äh, Mikrofone mit Phantomspannung oder so. Äh, ich glaube schon. Und, äh, ich habe eben auch in einem Video gesehen, es gibt ja diese kleinen, ähm, Mischpuls, die GoXLRs. Die haben jetzt tatsächlich wieder ein Update, nachdem jahrelang gar nichts kam. Weil die Entwickler alle gekündigt wurden. Ja. Da gibt's jetzt wieder Updates für, heißt, das kann man sich eventuell dann auch holen. Aber, dann wären das 320 plus. 180. Das GoXLR, oh, ab. Also das GoXLR. Gleich zu Weihnachten. Ich hab das GoXLR Mini hier stehen, das ist ganz geil. Ja, ja, ich hab halt, ich benutze halt nur meinen, ähm, Software-Mischpult. Mein Voice-Meeter. Voice-Meeter-Potato. Wofür ich das gerne nutze, ist, ich hoffe, es funktioniert. Kleinen Moment. Äh, man hört dich nicht. Ja, das war die Absicht. Okay. Kam kein Ton? Nein. Doch. So ein Plopp oder so. Kann aber auch sein, dass das in meiner Musik ist. Ach, verdammt. Mach mal die Musik kurz aus. Ein Bliebton. Warte, hab ich das? Ja, es kann sein, dass es das war. Mach das nochmal. Ne. Da kommt Janisch. Also, zumindest ist es nicht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Stream aussieht. Äh, okay. Ja, bei, äh, im Stream kommt es an, bei dir kommt es nicht an. Ah ja, ja, okay, gut. Es macht irgendwo Sinn, dass es, äh, bei mir nicht ankommt, ne? Naja, er kommt vom Mischpult, ne? In der Facecam sieht es aus, als wäre ich tatsächlich braun dabei. Bin ich eine Käsestange? Äh. Ja, ähm, ich hör das selbst nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, was für ein Ton das ist. Sorry dafür. Hallo. Oh Gott. Hahaha. Äh, so. Äh, ja, aber da kann man halt so coole Sachen machen. Ähm, ich nutze das eigentlich ganz gerne, weil ich damit, ähm, das Spiel runterregeln kann, ohne, dass ich dich runterregel, oder ich kann die Musik runterregeln, oder die Audio-Musik für den Stream bleibt gleichmäßig, aber ich kann die mir selbst runterregeln. Okay. Also, kann ich das Spiel lauter machen, die Musik leiser, und, äh, ja. Ist ganz nett. Ähm, ja, das hatte ich tatsächlich mal alles über Voice-Meeter geregelt. Und über mein Stream-Deck, aber ich glaube, das ist kaputt. Hahaha. Okay. Ich hab sehr viele Knöpfe auf meinem Stream-Deck, die nicht mehr funktionieren. Ja, ich mach das übers Tablet. Das ist halt mega einfach. Ja, gut, da hast du halt auch viel mehr Knöpfe, ne? Ich hab hier, ich hab das, äh, mittlere. Mhm. Was schon teuer genug war, für das, was es kann. Äh. Ja. Ja. Ja, also, da, da, da hat's natürlich Vorteile, weil du die Knöpfe richtig, äh, spürst. Aber, ja. Ja. Wobei ich das auch nicht zwingend brauche, wenn ich ehrlich bin. Also, das, also, dass ich physisch spüre, dass ich da irgendwas reindrücke. Oh. So, äh, für deine Ansicht wär's wahrscheinlich besser, wenn ich ein bisschen, nein, das war die falsche Richtung. So. Und noch ein bisschen. Ja, ich, ich muss da, äh, muss die Facecam immer so ein bisschen anpassen, damit man hinter mir das Fenster nicht so sieht, weil da geht Jackie mal rauchen und die mag es nicht, wenn man sie sieht im Stream. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und deswegen muss ich immer gucken, dass die Kamera so schräg ist, deswegen sieht es auch immer so komisch aus, weil wenn ich gerade sitze, guck ich so, aber meine Bildschirme sind halt auch, ihr würdet wahrscheinlich damit gar nicht klarkommen, weil ich muss so sitzen, damit ich gerade vor meinem Bildschirm sitze auch, also. Okay. Bei mir ist alles schräg. Ja. So, sollen wir beginnen? Äh, können wir gerne machen. So, einmal Music aus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Ton auch alles. Moment, bei mir nicht. Oh Gott, das war sehr laut. Oh, falsches Wort. Wir müssen jetzt mal ein bisschen mit dem Ton rumprobieren. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen laut, ein bisschen leise ist im Gegensatz zu mir. Mal gucken. Ich werde drinnen rumspielen und Knöpfe drücken und versuchen, dass es angenehm ist und ich brauche bitte eure Meinung dazu. Hallo, Beldal. Hi, hi. Hallo. Ich werde dich wahrscheinlich, wenn du, wenn du im Stream schreibst, werde ich dich mit dem Namen ansprechen und wenn wir im Discord hocken, werde ich dich mit dem anderen ansprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ah, okay. Ich liebe meine Harry-Potter-Tasse. Ich kann es nur jedes Mal sagen. Ähm. Ja, die ist echt geil. Das war klingt toll, vor allem, guck dir Hedwig an. Ah. Ähm, warte. Geh mal auf, ähm, Google. Naja, jetzt komme ich ja drauf. Automatisch. Ja. Und gib mal ein Back to Hogwarts, Hamburg. Und klicke auf den ersten Link. Ja. Das ist ganze 40 Minuten oder 45 Minuten von mir weg, gerade wo ich den ersten September bin. Was ist das für ein Tag? Äh, ein Samstag. Das ist ein Sonntag. Oh, ein Sonntag. Ist gut, da kann ich nicht. Ja. Ja. Wie teuer sind die Tickets? Okay, Website nicht erreichbar. Ticket buchen geht nicht mehr. Echt nicht? Nee. Nee, die Tickets sind für, äh, das verwunschene Kind. Das Event ist gratis. Ach so. Glaub ich. Das ist voll gut. Ich werde mich auch auf den Film freuen. Den werde ich auf jeden Fall gucken. Ich habe auch. Warte. Welcher Film? Da kommt doch jetzt der Kinofilm zu raus, oder nicht? Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ich kann jetzt selbstverständlich nicht alle zeigen, weil das würde sehr lange dauern, aber ich habe diese ganzen kleinen Funko-Pop-Figürchen aus den, äh, aus den Kinderjoys. Und von der neuen Kollektion habe ich tatsächlich jeden mittlerweile, also jedes Figürchen einmal. Oh Gott. Ich habe auch den goldenen Harry und den hier, das ist ja die Quidditch-Edition quasi. Äh, und von der alten, da habe ich noch nicht, das habe ich nicht so ganz mitbekommen, dass da was kam. Und deswegen habe ich da nur, ich glaube, drei Figürchen von. Hm. Aber das ist schon ziemlich toll. Also, ich habe nur ein Tattoo. Ich habe sofort erkannt. Ja. Nee, ne, Freundin und ich, äh, ich habe ihr geschrieben, jo, wir müssen da hin. Sieh so, ich buche Tickets. Perfekt. Ja. So muss das sein. Oh ja. So, noch eben Käffchen einschütten und dann können wir loslegen. Gerne. Mit dem Reaktströmen. So. Also von mir heute nicht so viel geistige Gesundheit erwarten. Ich habe drei Stunden geschlafen. Und den Rest gearbeitet? Ja. Wie gesagt, ich habe 28, 27 Stunden Arbeitszeit auf dem Zettel. Mhm. Also mit Pausenzeiten wären wir dann bei 31. Cool. Ja. War super. Na, Hauptsache, das Problem ist jetzt gelöst. Ja, Gott sei Dank. Und da bin ich auch so heilfroh drum. Ja, glaube ich. So, jetzt gehe ich wieder auf Multitwitch, damit ich deinen Stream auch betrachten kann. Und deinen Chat vor allem. Falls du mal wieder spontan abhauen musst, damit ich deinen Chat mit bespaßen kann. Ich habe zwar noch das Handy da, aber ich habe keine Rufbereitschaft mehr, also alles gut. Naja, wenn der Baum brennt, wirst du wahrscheinlich trotzdem angerufen, oder? Hm, ja, wahrscheinlich schon, weil der Kollege, der jetzt Rufbereitschaft hat, der das erste Mal Rufbereitschaft hat. Oh. Hm. Ja. Okay. Rücken Sie los, wenn Sie bereit sind, und dann kann ich meinen Sound auch einstellen kurz. Äh, ja, ähm. Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany Folge 265. Quatsch Clips. Ich weiß nicht, was ich darunter erwarten soll. Ähm, ja, wir starten rein. Sehr viel Quatscherei wahrscheinlich. Ich gehe stark davon aus. Ähm, ja. Es ist warm, und wir starten direkt rein. Ich glaube, ich brauche auch hier so ein Aperol, ne, Aperol ist ekelhaft. Äh, ein alkoholisches Kaltgetränk wäre ganz nett. So, wir starten. Hallo, ich bin die Doni. Ich bin Streamerin. Man kennt mich aus Streams wie Nein Mutter, Ja Mutter und Wirke mich Mutter. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam ein YouTube-Video zu sehen, und ich wünsche uns ganz, ganz viel Spaß dabei. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, auf die Glocke und sag's deiner Schwester. Prösterchen. Ja, ich finde die so geil, ne? Ja, die ist auch geil. Die ist so cool. Ich könnte mir die so gut, äh, vorstellen als Putzfrau, als, ähm, in so Sketchen. Immer so total bescheuerte Kommentare zu irgendeinem Thema im Büro. Ich glaube, das wäre so geil. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Dopp. Back mit nem Eis, boah, ganz wichtige Frage, was für ein Eis? Er hat's eins vergessen? Digga, wo Ara Eis sagt. Ja. Den Clip hab ich auch schon bewertet, glaub ich. Bro, ich hab mir für den Streamstart heute nen Eis mit nach oben genommen. Digga, das sieht jetzt so aus. Ja, was hat er erwartet, wenn er das nicht isst? Ich hab das so vergessen. Geil. Oh ja, den hat er noch gesehen. Wollt ihr mich irgendwie verarschen, oder was? FKK-Party. Was denn sonst? Warum sind die alle neckt? Wieso geht das? Die ganzen Frauen werden obenrum auch gepixelt. Und der eine Mann, der Männer-Bubis des Grauens hatte, wurde nicht gepixelt. Versteh ich nicht. Ja. Altes Spiel. Wie mein Gott. Was haben wir in diesem Spiel? Was kommt die? Nein. Als ob ich in einem Supermarkt-Simulator verliere. Als ob ich da einfach ein Game Over... In welchem Spiel krieg ich denn kein Game Over? Was soll denn diese Scheiße? Egal welches Spiel, ich krieg Game Over. Ich krieg mal Sims Game Over. Ich krieg mal einen möglichen Game Over. Und auch noch beim Supermarkt-Simulator bin ich mit dem Game Over, oder was? Ja. Ja, du kannst die halt beschwören. Und ich glaub dann hier oben auf den Baum drauf und dann kann die runter. Der Clip ist so gut. Aber bei meinem Glück... Bei meinem Glück... ...würde ich da runterfallen. Was? Gechinkst. So, das ist das Gesicht. Guck mal hier. So motiviert. Ne? So voller Elan und Kraft und Energie. Ja? Das ist das Gesicht. Das ist es. Ich heul gleich, wirklich. Ich bin... Ich bin so kurz davor, meine beiden Rechner runterzufahren. Ja. Ach, wie er sich freut. Aber die fahren wirklich mit keinen. Schon? Also ich hab nur ganz wenige... Euer Eurotruck-Simulator habe ich auch ewig gespielt. Zwei liegen auf Lus. Katze, Katze, Katze. Pfff. Die Katze ist mit einem Kopfschirm gekippt. Ne, Euro-Trop-Simulator. Gar nichts für mich. Ich bin die beste Motorradfahrerin unseres Squads. Oh Gott! So musst du deinen Flur dekorieren, wenn du Liza Grimm ins Bett kriegen willst. Hi. Also Chad und ich haben gerade das Video gesehen mit wie man den Flur dekoriert, um mich ins Bett zu kriegen. Achso. Warum verrätst du das? Naja, ich hatte mich gefragt. Ach Gott. Was ist das denn? Geht es nochmal hier an? Ähm, 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 ähm. Oh. Na klar. Gotta catch them all. Ich glaube, das ist ein Spiel für dich. Ich glaube nicht. Oh, ich glaube schon. Oh nee, gehen sie weg. Jo. Hallo, tschüss. Wieso ist das denn nix für dich? Nö, 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 nö. Deswegen habe ich auch nur Olli geheiratet. Wow. Der braucht jetzt extra lang überhalten. Der braucht jetzt einfach 10 Minuten, bis wir da aufhören. So schlimm ist es doch nicht doch. Doch, genau so schlimm ist es. Oh mein Gott. Bist du wahnsinnig. Wie fährt denn der Auto? Er fährt wie ein junger Gott. Also wirklich. Er ist einfach richtiger, richtiger typischer Berliner Taxifahrer. Würde hier einsteigen. Ach, zur Hölle. Das ist eine jungen junge Frau, wa? So. Empfehlen Sie mich gerne weiter. Freunde, Familie, das Schwabbeltaxi bringt alles und jeden, egal, wohin. Okay. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Are you here? Nein, ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Nein. Ich auch nicht. Aber vielleicht ist das so umgedrehte Psychologie und deswegen kaufe ich es nicht um. Ist das dann eigentlich schon ein Wildunfall? Weil es ist ja im hohen Gras. Also das, die, also. Was? Hier ist das Ding mit den vielen Bäumen. Wald. Bitte was? Wald. Wald. Vielleicht. Dankeschön. Ist ja grausam. Tada. Da sind meine Hängemöpse. Mein Vater kommt gerade wirklich durch die Tür rein. Ich habe gerade den Schloss gehört. Und ich sage so, das sind meine Hängemöpse. Nicht auszuschließen. Oh Gott. Stilleleife. Was ist das? Kein Spiel für mich. Nee. So was von Stilleleife. Konnte es den ihr niemals bei mir sehen. Holy moly. Wow. Sie hat so, sie ist so ausgewichelt und alles und dann das. Ja. Auf dem Eis ist es echt rutschig, wenn wir da ausrutschen. Ach was. Wow. Oh ja. Ich hätte auch gern so einen Kalender davon. Das wäre voll geil. Ehrlich jetzt. Ja. Wäre perfekter Birch. Gerade du. Ja. Ich sage ja schon immer, man verbringt ja mehr Arbeit, äh, mehr Arbeit auf der Zeit. Man verbringt ja mehr Zeit auf der Arbeit. Ja, du auf jeden Fall. Die letzten vier Stunden. Ja, das ist dann auf jeden Fall. Aber du verbringst ja wirklich mehr Arbeit auf der, mein Gott, nochmal mehr Zeit auf der Arbeit. Ich wollte, ich wollte sagen, Mauki steht von den, steht von den, steht von den, steht von den Sterbenden wieder auf, nee, steht, 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 wieder aufsteht. Komm, du schaffst es. Mauki. Bitte was? Wieder, wieder aufsteht. Steht. Oh, der Kurz. Steht, steht von den Toten wieder auf. Oh Gott. Ja, von den Sterbenden, da ist man ja noch nicht so ganz tot, ne? Mountain Mama. Was, Mountain Mama? Das heißt doch Home to Mama. Heißt das Home to Mama, oder? Heißt das Mountain Mama? Mountain Mama. Mountain? Ey, warum heißt ein Berg Mama? Ich dachte mein ganzes Leben lang, das heißt Home to Mama. Ich dachte, zurück zu seiner Mutter. Warum, warum? Jeder hat so ein Beat. Berg Mama. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, du gehst mit der Zeit oder du, nee, aber, äh, 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 äh. Man, 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 du gehst mit der Zeit oder gehst mit der Zeit. Dann ist halt der Nackt-Stream da, ja? Dann ist halt der Fuß-Stream da, ja? Dann gibt es halt bei einer 100 Euro Donation eine Fuß-Cam. Ja? Dann ist es halt so, ja? Und bei 500 gibt es halt eine dies-Cam. Ja, wenn man, dann, dann muss man zu anderen Mitteln halt greifen. Dann ist es halt so. Was willst du machen? Kommt jetzt so 100 Euro, Bruno? Dann muss man mit der Zeit gehen. So. Warte. Das war die Kamera. Heute sehen sie eine Schüssel von innen. Und es tropft eine weiße Flüssigkeit von der Kamera herunter. Das Bild ist weiß geblendet. Oh Gott. Der heimliche Gönner. Ja, das ist wirklich gut. Ob er wohl sauer wird, wenn ich... Jetzt musst du dir mal vorstellen, du kriegst das nicht komplett sauber. Und du streamst, die Kamera wird warm und irgendwann fängt das so an, nach vergorener Milch zu stinken und du weißt nicht, wo das herkommt. Das wäre ziemlich offensichtlich. Ja, aber jetzt so nach... nach so sechs Wochen oder so. Ich glaube, da muss die Kamera nicht mehr für heiß werden. Nee. Kinder stirbt grad. Was hat die gemacht? Naja, sie hat den ersten Satz gelesen. Junge, was? Oh mein Gott, ich sag nur, bitte. Ja. Lest dir mal den ersten Satz durch. Aber wo ist das, wenn ich... Oh Gott. Oh okay, das hat mich grad anders gekriegt, Junge. Was? Oh mein Gott, ich sag Mori, bitte besorg mir nochmal schnell ne Karte für meinen besten Freund. Das war dein Fehler. Und er schenkt mir einfach eine Hallo Baby, schön, dass du endlich da bist Karte. Ist das dein Ernst, Mori? Ihr habt eine Alternative. So eine Alternative will ich gar nicht sehen, das kann nur schlimmer kommen. Ist das eine Trauerkarte? Ein stiller Trauer? Ist das dein Ernst? Eine Trauerkarte? Ich werde einfach rot verlachen. Das ist genau mein Humor. Oh Gott, nee. Oh Gott. Das ist dein Trauerkarte. Ah, kurze Side Story. Der Freund von Jackys Schwester wird von mir zum nächsten Geburtstag eine Prinzessin-Lily-Fee-Karte bekommen. Und weißt du, er hat so deine Statur und auch so Bart und alles. Und er kriegt von mir definitiv eine Prinzessin-Lily-Fee-Karte. Das wird so cool. Ich hätte das passende T-Shirt dafür. Oh ja, und mit dem T-Shirt, muss er dann den ganzen Tag rumlaufen. Das muss ich machen, wenn er 30 wird. Warte, es lädt. Das gibt es nämlich in dieser Farbe hier. Oh ja. Das wäre voll seins. Vor allem dem traue ich wirklich zu, dass er es dann halt auch trägt. Ja, das war cool. Das habe ich meinem Bruder, glaube ich, geschenkt. Wie geil. Richtig gut. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Spreche es euch. Sollte ich jemals wieder eine Katze bekommen, nenne ich diese Katze Chat. Diese Katze wird Chat heißen, weil Katzen erinnern mich so an den Twitch-Chat. So stelle ich mich euch vor. Aufmerksamkeit. Ihr guckt, streamen es einfach. Mach mal was Witziges. Beachte mich. Hey. Beachte mich. Oh Gott. Wieso steht da Hure auf dem Mikrofonarm? Steht da Hure? Oh ja. Ja, shit. Stimmt, aber warte. Das ist aber dämlich. Oh, ich will das Mikrofon, ich will den Mikrofonarm und ich will das GoXLR haben. Ja. Ja. Es ist das Schure. Wir machen es mal lieber so. Ja, es ist besser. Ich hätt's genau anders drauf gemacht. Den Umdrehtest. Ich glaube, das mit dem Umdrehen hat sich heilsgehend erledigt. Ich hab's gesehen. Ich hab eigentlich das gesehen, wie es sich bewegt hat. Ach Gott. Du bist fertig aufgeräumt mit dir. Bei mir nicht. Meine Wohnung sieht aus wie Scheiße, Chat. Liegt es daran, dass ich drei Tage krank war? Nein, sie sieht auch so aus wie Scheiße. Das trifft auf mich zu. Bin aus dem Gym wiedergekommen. Ja, auf mich auch. Musste auf die Toilette, ganz normale Dinge. Und, ähm, dann hab ich ganz leicht auf die Spülung gedrückt und ganz leicht. Das, 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 das ist ungefähr so. Ich hab, ähm, wir haben so Holzbrettchen gehabt und die haben wir halt auch mit in die Spülmaschine geräumt, was im Nachhinein halt echt dämlich war. Und ich, ähm, ich war gerade im Discord, hab mit ein paar Leuten gezockt und hab gesagt, ich geh mir mal eben was zu essen machen. Und wir hatten auch die Cam alle an und so. Dann komm ich wieder und hab so gesagt, so, mein Essen ist fertig und mein Brettchen auch. und hab zu sein Bruch gehabt. Ich hab's einfach mit dem Messer in der Mitte geteilt. Yeah. Aber, also. Sei froh, dass es so passiert ist. Ich hatte das mit einem, äh, Brett extra für Pizzen und ich hab das Brett hochgehoben und das Stück in der Hand hab ich da behalten. Die restlichen 90% sind abgebrochen. Inklusive der Pizza natürlich, ne? Ja, natürlich. Und es ist nicht so, dass ich einfach das Stück von der Tischplatte abgehoben hab, sondern ich bin schon zwei Meter gegangen. Ja. Gut. Ne? Machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Ja. Wie erklärst du das? Gar nicht. Wimscher. 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 Wie geht's. äh, die kann glaube ich singen das war übel aber Gänsehaut ja, kann ich nachvollziehen aber das liegt auch eher an dem Lied und der Kombination mit Videos auf YouTube ja ist das schlimm ja die Doni was hast du jetzt vor das ist wie als ich angefangen habe zu streamen und meine Mama im Chat aktiv sein musste damit auch so aussieht das ist so ein Orbum-Song, ne das ist krass habt ihr das gesehen? ne habt ihr das gesehen? ne oh mein Gott, wie geil ist die bekifft? weiß ich nicht oh mein Gott könnte so ich sein ohne Scheiß das könnte so ich sein oh mein Gott Natur es geht rein spooky jeder jeder fucking streamer hat es ist fucking sure hallöchen hallöchen meine Damen und Herren meine verehrten lieben Leute da draußen ich hoffe ihr hört mich gut äh schon mal ja ja willst du wissen warum Milchbaum nicht mehr in der Kindererziehung arbeitet? das war Milchbaum? ja das ist so ein typischer Milchbaum-Stream von früher ich ähm oh ähm ich hab gleich noch ein Video, was wir küken müssen ähm das wirst du feiern aber auf jeden Fall das war Milchbaum und die Band hab ich live gesehen die ist absolut geil ja äh und ich bin zutiefst verstört IFA ist auch krank die macht übrigens eigene Musik rate die Musikrichtung so eine Stimme und dann kommt das andere ja die macht richtig geile Musik hä warum läuft der Song? ähm eine Metalcore-Playlist Digga wir haben den gerade erst gesungen was ist das denn für ein Timing? ich dachte gerade wie warte mal das kann ja voll wirken als würde ich hier gerade Playback singen mit dem Moment ja kurz über die Doku mitzulaufen das war schon heftig ja ähm diese ich will nicht sagen was ist es? Tombola? also ist es nicht Tombola wie heißt das wenn man so hintereinander läuft? oh mein Gott äh äh wie heißt das nochmal? nein Polonaise das war es nicht äh äh wie heißt das? Polonaise wie heißt das? ach Polonaise 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 Gott unser Geiger hat mal vor die Kirche gekotzt weil ich ihn angerüßt ich wollte das wirklich lustig finden oh mein Gott ich würde das so feiern what you face when you face in a mirror as long as you live I will still be here all that you are is the end of a nightmare all that you are is a dying scream after tonight I shall end this demon dream ice is not a dream my friend and I will never end wenn May als Panda irgendwie komisch guckt irgendwie ne Slapstick passiert oder irgendwie sowas und vor allem hat der Film Slapstick was los? nicht okay äh und vor allem hat der Film ähm natürlich ist von dem man Herzknopfen bekam als wäre man ein Reh und und dieses Ding im Eis ein Jäger dann sind diese Tina ja schön ich hab niemals gedacht wir jetzt so viel Zeit damit verschwenden unseren hier hängt doch schon ne Lampe was muss ich denn jetzt machen muss ich die nicht erst oh mein Gott ich muss die erst noch verkaufen verkauft sie jetzt wieder alles ich muss sagen ich glaube ich war bei keinem Spiel so konzentriert wie bei diesem ihr verkauft nein nein ja anscheinendlich konzentriert genug das überfordert sie ein bisschen ichs Kamera auf und mach deinen Schnappschuss lol oh Gott jetzt müsste der Sound und so kommt Helikopter Helikopter oh Gott oh Gott so ne Kerze die brennt ja ok und dann und dann machst du den Wachs um sich herum heiß und dann wird dieser dieser Wachs der wird weich also der wird wässrig so und dann hab ich da manchmal so meinen Finger reingedippt als Kind und hab dann diesen Wachs auf meinem Finger diesen heißen Wachs abkühlen lassen und dann hab ich den so gesnackt weil was willst du sonst mit dem machen tust du wieder ja theoretisch kannst du wieder zurücktun aber einmal aktualisieren und zack ah jetzt kommt das was richtig dummes oder imagine jetzt kommt Frog Detective ja jetzt kommt Frog Detective lol lol ist er hab ich noch irgendetwas ooooh was hab ich jetzt ne ne da hat er nur die Granate angeguckt ach rechts geht gedrückt halten ach so dann hab ich den nur bewertet das kann auch sein ok was ist das denn ist das ne Flashbang und ja wie dein ganzes Gesicht einfach nur leuchtet ja Bruder hab ich jetzt mein Augenblick ganz verloren oder was ha was hallo du musst mal so zu sagen drehst ein einziges mal dran es kommen 100 Bohnen raus und dann verklemmt sich die eine Bohne und dann ist es oh ja bitte ich mach es ja geil das war so klar guck mal du drückst hier einen dummen Spruch nach dem anderen dann muss man auch das Echo aushalten du kannst nicht nur geben du musst auch nehmen so ist das Leben wir sind dir nicht böse aber wenn du frech bist sind wir auch frech so ist das wie man in den Wald ruft so schallt es hinein nicht wahr ja genau das tut den Männern jetzt bestimmt ein bisschen weh ja genau und dann kannst du quasi ich mach das mit der Zunge das was sie macht mit dem Finger mach ich mit der Zunge das sollte man vielleicht nicht im Internet sagen ich weiß nicht wie lange ich weiß nicht wie weiter reicht nein was mach ich denn ich mach doch nix oh lol oh was ey was ich mach das alleine oh Gott die krieg's doch oh Gott nein ist doch nicht euer Ernst dieses Spiel zerstört Freundschaften war das gerade also ja okay wie du eben im Hintergrund hörst ich glaube das ist der Moment wo du E drücken solltest und das Auto einfach verlässt sie kriegt einfach gar keine Luft mehr ich akzeptiere das nicht wir sind so tief im wie du nur diesen Esel im Hintergrund hörst ich nehm einfach alles hin muss ein Fiat sein so ok der hat schon wieder so ein Spiel gefunden ne das ist das war ja was so ich bin eins mit der Donne wisst ihr wisst ihr was einem nicht passieren sollte wenn man die Küche verlässt Durchfall man sollte kein Durchfall haben die Katze aus Versehen im Kühlschrank einsperren was wie kann man denn aus Versehen die Katze im Kühlschrank einsperren das war voll geil hast du Bock auf Sex ja go for it oh god Alter ich brauche ein Lenkrad für das Spiel brauche ich ein Lenkrad ich habe es ohne Lenkrad gespielt das war absolut wie Bielefeld ist durchgestrichen was soll das denn ja Bielefeld gibt es nicht ist das ein Witz jetzt oder was weil es Bielefeld nicht gibt ja genau Bielefeld gibt es nicht Spiel herzlich willkommen herzlich willkommen ja und dann geht das Tor auf so herzlich willkommen das war auch gut getimed äh Lala ja das war Kronk was ist mit der Nase passiert äh das ist ein Vogel boah was desilu 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 das ist auch so geil O oh wow oh wow oh wow ja na wir hatten heute so ein schönes Date zusammen es hat so Spaß gemacht dich zu sehen Was meinst du? Möchtest du vielleicht noch mit mir hochkommen? Vielleicht auf einen Kaffee? Nein! 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 Ich will wichsen! Das ist nicht genau das, was ich erwartet habe. Nee. Ach, die hat diesen komischen Löwenkopf auf, ne? Ich hab's nicht kommen sehen. Ich hab's nicht kommen sehen. Aber alles richtig gemacht. Oh, das Video ist so gut. Das ist so gut. Ja, der ist echt. Das ist der, den Bart und ich genommen haben. Okay. Ja, du ist auch so ein Arsch manchmal, ne? Hast du Franzi gehört? Nein. Muss man drauf achten, wenn die Tür aufgeht. Ist doch Platz, ne? Oh. Moment. Okay, dann trage ich das eben raus und dann... Und der ist richtig hier, der Exit? Ja, der ist echt. Das ist der, den Bart und ich genommen haben. Und der jetzt. Okay. Du hast sie noch ganz leise im Hintergrund kreischen gehört, wo dann der Proximity Chat eingesetzt hat. Oh, ich dachte, das wäre... Nee. ... wäre das Spiel gewesen, was so geschrien hat. Nee, wenn du stirbst, geht dein Mikrofon aus und du bist dann nur noch mit den Toten unterwegs. Und das war gerade der Übergang, wo du sie noch schreiend gehört hast. Oh, wow. Diese dreckige Lache auch noch dabei. Oh, das wird sehr, sehr fein. Natürlich, hier ist ein Happy Birthday Song in Katzensprache. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Oh, ja. Miau 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 miau. Genau damit das jetzt erstmal. Oh mein Gott. Ich hasse sowas. Natürlich 1.920. Nein, jetzt bin ich drüber. Und schon wieder drüber. Ja. Und schon wieder drüber. Das ist so dumm. Warum macht man nicht einfach ein Dropdown-Feld? Geht nicht. What? Oh, sie hat alle unsere Einheiten zu Schweinen gemacht. Das ist ungünstig. Wir Schweine, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie geil. Finde ich auch so cool. Ach so. Ich habe nichts gesagt. Dies war lustig. Oh ja. Sehr, sehr viele lustige Clips mit dabei gewesen. Oh ja. Sehr, sehr viele. So, möchtest du das eine Video noch eben einblenden? Und ich kopiere mal eben den Link. Wenn ich jetzt den Link kopiere, ist das dann von dem Video oder ist das dann von Watchtogether? Von Watchtogether. Ich habe aber den Link bei mir reingepostet. Den kannst du sonst rausnehmen. Okay. Oh, ich glaube, ihr Lied wurde geclaimed. Ich habe nur das. Die Reaction von... Ach, war das das? Nee, dann das hier. Vergesst auch nicht, bei SCG auf der YouTube-Seite vorbeizuschauen und mal ganz kurz ein Like da zu lassen für die Folge, wenn sie euch auch gefallen hat. Und vielleicht die Glocke anzumachen und zu abonnieren. Wenn wir schon Videos von ihm schauen, dann kann man auch ein bisschen Werbung machen. Genau. Ah, wo ist denn das? Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr das jetzt gerade gehört habt. Und was habt ihr gehört? Also, ich habe vielleicht den YouTube-Link angeklickt, weil ich ganz... Ich bin... Hübbelig? Ich habe vielleicht die falsche Nachricht angeklickt und zwar meinen Comment und nicht den Link. Ich glaube... Kenne ich das? Ich weiß es nicht, aber das ist schon ewig her, oder? Ja, ja, das ist schon ewig her. Ich will nur das erste Lied einmal zeigen. Das ist mega. Let's go for it. Schlaf, mein Kindchen, schlafe ein. Die Nacht, die Nacht, die Nacht, die schaut zum Fenster rein. Der runde Mond, der hat dich gerne und es leuchten dir die Sterne. Schlaf, mein kleines Schlaf, mein kleines Träume süß, bald bist du im Paradies. Denn gleich da öffnet sich die Tür und ein Monster kommt zu dir. Mit seinen elf Augen schaut es dich an und schleicht sich an dein Bettchen ran. Du liegst still da, bewegst dich nicht. Das Monster zerkratzt dir dein Gesicht. Seine Finger sind lang und dünn, wehr dich nicht, es hat keinen Sinn. Und es kichert wie verrückt, als es deinen Hals zerdrückt. Du schreist, doch du bist allein zu Haus. Das Monster, das Monster sticht dir die Augen aus. Dann bist du still, das ist gut. Es beißt dir in den Hals und trinkt dein Blut. Ohne Blut bist du gleich wie Kreide. Dann frisst es deine Eingeweide. Dein kleines Bettchen vom Blut ganz rot. Die Sonne geht auf und du bist tot. Vielleicht hätte ich meinen Stream vorher auf 18 stellen sollen. Naja, das sind Kinderlieder. Na, 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 na. Das ist ja doch ein schönes. Das ist Milchbaum. Naja, wie sie lebt und wie man sie kennt. Ja, nee, das ist ein altes Lied von den Ärzten. Die sind gruselig Ja Das heißt sogar Die Ärzte Schlaflied ab 18 Okay, so hieß das Album Aber trotzdem Ja, schön Gut, dass ich das als Kind nicht gehört hab Ich hatte sowieso schon Krasse Probleme mit Albträumen Das wäre der Horror gewesen Ja, und dann hättest du mal mit 10 Jahren Snake on a Plane gucken müssen Nein Ist nicht so, dass ich glaube ich Vom 10. bis 11. Jahr Jedes Jahr unter das Bett Oder jeden Tag unter das Bett geguckt hab Ob da eine Alaconda liegt Ja Deswegen sollte man nachts kein Fernsehen gucken Ja Definitiv nicht Äh, ja So Ähm Sollen wir Savitschen, oder? Ne, ich glaub nicht, oder? Savitschen finde ich auch gut Savitschen Ja Alles klar Steh ich schon mal auf Once Human um Ähm Once Human Uh, genau Once Human Wir gehen jetzt in Onsen 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 ist das Ding, oder? Onsen Ja, ich darf da leider nicht rein Warum? Äh, wenn du tätowiert bist Äh, wenn du tätowiert bist Äh, ist es nicht gern gesehen Beziehungsweise Ähm Wirst du rausgeschmissen In japanischen Onsen Weil das Dann darf ich da auch nicht rein Ja Weil da ist ne Ähm Hier wie heißt es gleich noch Äh Weil da an die Yakuza gedacht wird Ähm Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Äh, die meisten Yakuza sind voll tätowiert Und jede Tätowierung hat ne Bedeutung Zum Beispiel Allein dadurch, dass ich Shen Shenlong auf dem Arm hab Ähm Imitiere ich irgendeinen Mafia-Status In Japan Ah Nun Ja Aber das ist auch so Ich glaub Gefährliches Halbwissen Von ganz früher mal Hm Oh, Lala schreibt Da hat er recht Verdammt Ähm Ähm Du hattest ja gesagt Du hast so ein bisschen gespielt, ne? Ich will ja nicht sagen Ja Dass die Wartezeit auf die Behebung der Störmeldung Ähm Ein wenig langweilig für mich war Und ich einfach nur durch die Gegend gelaufen bin Und äh Monster getötet hab Ja Und ich hab ein paar Quests abgegeben Also mehr hab ich wirklich nicht gemacht Und ich hab Zwei Mauern gebaut und ne Decke Ich bin Stufe 20 Ha Ja, ich hab gestern Ähm Über 200 Gegner Mit meinem Baseballschläger vermöbelt Damit ich Die Quest fertig habe Womit ich Ich weiß nicht Wenn du meinen Stream auf hast Kannst du's dir angucken Den hier beschwören kann Warte, warte, warte Autoangriff Da Uh Okay Das Das will ich auch noch machen Ich hab was anderes Ich hab ein Äh Ach genau Ich hab noch ein LKW gefunden Den hab ich mir geholt Und überfallen Und ähm Ja Äh Und Beldal Sag mal Bescheid Wenn du am Stissel bist Dann zieh ich dich hoch Dann kommen wir dann wieder runter Oder du ziehst ihn hoch Ja Ich hab mir hier so einen So einen fetten Baseballschläger gemacht Und damit hab ich dann Äh Auf Auf Viecher eingedroschen Ganz oft Ich hab mir ne Qualle geholt Was? Woher hast du die Qualle? Die hab ich Weil ich Den LKW Überfallen hab Hm Das ist ne Angriffs Ne Moment Der putzt Warte mal Da sollte doch dann auch was drin liegen Oder? Achso Ja Auf jeden Fall Wollte ich Den Was auch immer das ist Ganz gerne haben Und ich find den super cool Ja Dafür musstet ihr Wirklich Mit 200 Schlägen Arbeiten Äh Ja Du musstest 200 Viecher Mit ner Nahkampfwaffe killen Oh mein Gott Hm War Bisschen aufwendig Wo war denn das nochmal Ähm Wenn du Escape drückst Dann auf Ja genau Auf den großen Banner oben Den ersten Ah Dann Saisonziele Und dann Luftspiegelung Herausforderungen Und da dann das letzte Ah 100 Ne Herausforderung Oh brauche ich noch 41 Stück Ja Genau Ja du läufst ja auch immer Mit deinem Messer rum Und meuchel Meuchelst da alle ab Jo Doch meucheln heißt das Ähm Erhalte eine Munition Mit einer höheren Mutationsbewertung Erhalte eine Mutation Was Achja ich hab ja Ich hab ja gar nichts mehr Gerade Ähm Warum eigentlich Ich wollte mir mein Weil ich Ähm Umgezogen bin Und umbauen wollte Aber irgendwie Dann gestern Sehr Es sehr spät wurde Und ich dann ganz gerne Schlafen gehen wollte Achso Ähm Ach verdammt Schon wieder In dem Fall Schlafen aufgedrückt Nein So ich möchte ganz gerne Ja Relativ Ähm Die Form vom Haus Wieder erwischen Die ich auch Bei der Demo hatte Ah Fand ich ganz cool Deswegen ziehe ich mir Hier erstmal eine große Grundfläche rein Okie pokey Ah Achso Moment Dafür brauche ich ja Hinter auch Steinfundament Egal Das kann ich später noch machen Hallo 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 Ah egal Was Ich bin Hart verwirrt Wieso Ach deswegen Hallo Ah Ich bin Oh Jetzt irgendwie lange gedauert Hier reinzukommen Also Oh Ich habe einen neuen Drop Ein Hund hat mir zwischen die Beine gerotzt Dinge die ich nicht live sagen würde Ja die hat halt genießt und dann ist es halt ähm Zwischen meinen beiden Und egal was ich jetzt sage Es macht es nur noch schlimmer Überhaupt nicht Warte ich kann doch hier Hinten mein Territorium erweitern Das ging doch an dem Ding hier ne Ja Da musst du aber vorher die Fähigkeit für haben Das war schon wieder die falsche Taste Nein das war auch die falsche Taste Das war die richtige Vielleicht O Ne sie will äh gleich erweitern Ja das musst du vorher aber glaube ich erforscht haben oder nicht Ja ich brauche äh Territoriums erweitern Eins wo drunter ist denn das Unter Häuslebau Häuslebau Stufe 3 Genau 3 Äh 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 Okay ich brauche noch 2 Ähm die Sachen die man in der Truhe hat Nutzt der die auch überall Oder muss man an jede Truhe einzeln dran gehen Um sich zum Beispiel Erze rauszuholen Das nutzt der überall Ja im ganzen Hausbereich Ach Gott save the Queen Ähm Die lebt nicht mehr das ist zu spät Das funktioniert nicht mehr Ja jetzt hat er sie gesaved Auch wieder war Wir sind die Eternal Lands übergegangen Wie wir hier in Once Human gelernt haben Ach verdammt das falsche gebaut Ah meine ganzen Twitch Drops War ja alles nur kosmetisch Dann ziehe ich jetzt mal meine Kuhjacke wieder aus Bitte was Ich hab ne Kuhjacke Ähm Ausrüstung Willst du ein vernünftiges Kommentar dazu oder ein abwertendes Ja kein Okay Also ich hätte gern ein abwertendes Ich hab auch ne Kuhjacke Jetzt muss es ja auf anderen Leveln gemein sein Ich könnte jetzt sagen das steht hier Wäre das dann auch abwertend? Ähm Ich weiß nicht Ist hier nur ne gefleckte Jacke Hast du die überhaupt schon gesehen? Äh ich hab mir die grad bei Ähm Money im Stream angeguckt Ah okay So hab ich mich heute Morgen gefühlt Nach dem sechsten Kaffee und dem zweiten Energy Das ist aber nicht gesund Oh ne Ey das war so fettig Wir haben drei Stunden auf ne Rückmeldung vom Dienstleister gewartet Und du hockst dann da mit sechs Dudes im Call Alle so Ho Kurz vorweg pennen Dann aus einem Mikrofon hört man dann plötzlich das Schnarchen Und Haha Nein Okay Es hat echt mal geschnarcht Es hat echt mal weggepennt Naja wir waren Also ich bin jetzt Ähm In den letzten 36 Stunden hab ich drei Stunden geschlafen Ja Das ist nicht viel Ne Und äh Gearbeitet hab ich davon 28 Dürfte ich nie machen Würde mich meinen Chef nach Hause schicken Der Chef war mit am Start Ne Wir hatten ne Störung Deswegen ist bei mir auch gestern der Stream ausgefallen Und die ging leider ein wenig länger Mach das Hm So Nimm zehn Fotos auf Alles klar Auf geht's Das krieg ich hin Kamera Das muss ich tun Enter 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 Ja Ich hab's nie anders gemacht Ich hab noch hübsche Fotos gemacht Zumindest hab ich's versucht Ich hab den Himmel fotografiert Ich meine Bodenplatte und ein bisschen vom Ach Dein Haus ist auch mit drauf Warte ich stelle mich immer so hin Ich bin schon fertig Bist du langsam Äh Wo kann man denn seine Fotos angucken Weiß ich nicht Gut Wenn die automatisch gespeichert Wenn man sie unten nicht irgendwie speichert Weil ich hab einfach mal geäxt Wollen wir die Hauptquest weitermachen Äh Können wir tun Jo Ich weiß nicht Ob ich mir davor noch irgendwie mal Ne bessere Waffe holen sollte Oh Apropos Waffe Ich brauch Munition Weil ich habe Nichts mehr Baisy auf Sachen drauf prügeln 320 ist jetzt halt auch nicht so Das meiste ne Vielleicht Das war schon wieder die falsche Tasse Ich krieg's kotzen hier Ähm Dafür fehlen mir Bronzebachen Selbstverständlich Dann nehm ich halt die normale Nachschubwerkbank Ausrüstungswerkbank Auch nicht Brauch braun Ich kann ein Wasserfilter bauen Ähm Glückwunsch Und die Demontagewerkbank Wäre vielleicht auch gar nicht zu doof So die Raffinerie brauche ich noch nicht In den Reifenschrungen auch nicht Cool So ich hätte gern Was sind saisonale Beutekisten Da gibt's Loot drin Und wie mach ich die auf? Mit F benutzen Ah ok Eigentlich So Ich möchte Gerne Eine andere Waffe nehmen Ich möchte gerne meine Pistole wieder haben Ich mag Pistolen lieber Ok Ich hab kein Bronze Ich hab das Wichtigste für den Falte Tasse Ich hab die wichtigste Deko überhaupt gefunden Wo ist sie? Deko Äh Wo kann ich die hin platzieren? Was ist das? Moment Ein fucking Umzugskarton Oh wow Ja Mein Blick war da auch nicht Du kriegst so Du kämpfst gegen die Mutter des Lebens Und ähm Kriegst dafür einen Umzugskarton Ähm Ja gut Okay Dann gucken wir doch mal in die Eventbelohnung rein Oh und ich hab Spross Ich weiß nicht was Spross ist Oh wart ihr schon an den Briefkästen dran? In welchen Briefkästen? Äh Äh Ja Ein ganz normalen Briefkasten Ich hab gestern Ne Heute Morgen irgendwie Zwölf Briefe oder so drinne gehabt Mit Loops So Ja da kannst du auch Wenn du Escape drückst Hast du oben auch so einen Tab mit Briefe Da drüber geh ich rein Ah Okay Ich bin extra zum Briefkasten gelaufen Ich hab mir extra einen gebaut Ja da bin ich nämlich hingelaufen So Okay Oh mein Gott Oh geil Oh cool Das ist doch gleich das erste Nee So Jetzt machen wir unsere Pistole Hey Weil die leuchtet auch so schon So ein bisschen Ja das ist cool Ein bisschen was anderes Ja Hat sich ja mal gelohnt Ja Was ist das jetzt hier für ein Punkt? Achso Das hab ich markiert So Jetzt mach ich noch ein bisschen Munition Für meine Pistole Mh Mein Lagerhaus ist voll Das ist natürlich höchst tragisch Pistolen, Munition, Kupfer Dann nehm ich die auch schon mal mit Dann panke ich das noch weg Mh Jetzt muss die Pistole noch mal ausrüsten Ne Wäre vielleicht gar nicht so doof Ich hab doch gerade Gewehrmunition An mein Inventar getan Warum 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 wird die mir nicht angezeigt? Hä? Weiß ich nicht Gewehrmunition? Ja hab ich doch im Inventar Was ist denn jetzt dein Problem? Mh Was für ne Munition hast du gebaut? Die grüne? Ähm Die hier Ach ne Die hier Und du hast vermutlich gerade Ja genau grüne Die musst du separat ausrüsten Ja du musst auf die Waffe gehen Und modifizieren sagen Genau Jetzt ist die Frage Genau Und dazubehör ist es dann Und dort kannst du deine Munition auswählen Also modifizieren Und dann Zudel Oh wow Genau Oh wow Trifft es echt gut dabei Hä? Achso Cool So heiß Oh das ist überhaupt das richtige Es ist mir eigentlich auch Scheiß egal Hier kommt jetzt das Ding rein Nein ich will das nicht modifizieren Ich möchte es bitte erstmal ausrüsten Dankeschön Und woher hast du die Sumse Bien? Die hab ich auf dem Bauernhof Der bei uns ist Und da fliegen die manchmal im Feld rum Oh So jetzt sollte doch hier auch Meine Munition fertig sein Die muss ich dann jetzt wahrscheinlich Auch noch ausrüsten Richtig Ja Okay cool Toll ist die Plinge in den Feldern Hä das ist echt voll cool Ich will auch Bienchen haben Hallo Spadi Ich komme leider nicht auf 42 drauf aktuell Ähm Kommst du wahrscheinlich schon Ähm Du darfst nur nicht Wenn du den Server ausgewählt hast Und du Hauptmenü bist Dann darfst du nicht auf den Server klicken Sondern aufs Spiel beitreten Dann kommst du auch auf den Server drauf Das muss ich aber auch erst lernen Nee Bei ihm steht's wirklich drauf Wenn das anklickt Server ist voll Nice Wie traurig Woher habe ich Eisenerz Weiß ich nicht Da in meiner sammelt es Der Block Hm Cool Kann ich hier irgendwie Hopper oder so Dransetzen Damit die die Items Automatisch da rausziehen Miese Zeiten Miese Zeiten Oh Gott So jetzt habe ich die besagte Waffe noch Komplett Ähm Modifiziert Mhm Ich bin jetzt bei einem Wert von 476 Das ist doch ganz nett Ähm Wert Ja Ja hier dieser komische Wert der einem angezeigt wird Da 476 Hast du den auch viermal kalibriert? Ah ja Ah Okay Auf der Waffe Ich war gerade Gesamtwert Hä? Achso Nee Ich bin bereit Zu jeder Zeit Bin ich bereit Okay Momento Und ich habe mir den Biber geholt Der hackt jetzt für mich Holz Das ist geil Ah wie cool Ja Also Holz hacken ist schon letzt Mhm Braucht so viel für Kohle Oh ja Ich wär auch bereit Oh Ach verdammt Hey mein Fahrzeug dampft nicht mehr Uh uh Wär das jetzt ein Pfeil für Glückwunsch sagen oder? Vielleicht Okay Okay Nioh Bis auf das Heck sieht die Maschine echt aus wie meine Unfall Sonst hast du mir nicht gerade so angehört Ich weiß doch, dass du schneller bist als ich War doch nur 90 Ich war 77 Du weißt, was das bedeutet Tunen? Nee, vom Motorrad runter schießen Dafür musst du ja erst mal mich einholen Oh 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 Wurfe eng ist das schön wenn man nur einen schuss braucht ja oder einfach durch die durchläuft ja hier ist eine wappen kiste die mobs hier haben folge ein lüge haben ja alle kupfer borren und so die sehen aber irgendwie nicht mehr so ganz gesund aus findest du ja die sind ein bisschen faserig ich dachte das muss so ich habe eine aufbewahrungskiste hier oben ja wenn ich mal den kopf treffen würde wären wir auch one shot deswegen finde ich die sniper gut schönes fadenkreuz was solltet was ne ich hab ein bisschen elton ring gespielt hast du dich erschrocken nein habe ich nicht nicht nein ich habe vielleicht alle tasten auf einmal gedrückt kurzzeitig hier ist eine truhe bei mir wo bist du dann ich habe marka gesetzt was ist denn hier hier waren wir schon das war langweilig ich dachte hier wäre irgendwas cooles los los ähm so wo ist der marker ich sehe keinen hocker auf der karte da wo die drei steht hier und dann ganz nach hinten links wieso kann ich eigentlich keine sch stahlanker nee nee wie heißt die strahlanker ähm spaltanker ja genau warum kann man die nicht starten weiß ich nicht ich habe einen plümpel bekommen das war eine fake truhe das wäre zu offensichtlich gewesen wenn zwei truhen am selben ort wären ja schon gefragt warum die nicht aufgeht war auch irgendwie ein bisschen langsam die truhe bei mir ging es lala was meinst du damit gesund jetzt geht es ja warst du sonst noch irgendwas außer ganz viel loot von mobs ach die waren schon wir sind zu langsam wir sind nicht zu langsam wir lassen uns zeit wir müssen doch auch alles erkunden oh medkit ne ich kann den nicht aktivieren hier oben wäre eine kleine aufbewahrungskiste nur ganz klein ah wo seid ihr hin nur der große computer ja das war ja easy äh konntet ihr den spaltanker aktivieren yes was sollt ihr scheiß wir müssen ein paar unterschiedliche positionen versuchen ist ein bisschen verrückert bei mir ist der rot du hast hier aber die quest schon oder ja suche nach einer mysteriösen truhe die habt ihr ja noch nicht fällig ne ne ach der ist bei mir schon aktiviert ich weiß nicht ob ihr die schon habt ich habe sie noch nicht oh hier oben ist eine kiste oh ja ich wollte grad bescheid sagen das ist mir noch die mysteriöse kiste suchen dann haben wir alles da drin ist auf jeden fall noch irgendeine kiste ne waffenkiste ausrüstungskiste meine ich munitionskiste jetzt habe ich gleich alles einmal durch ja und ein verkaufsautomat den man looten kann und die medizin tasche hast du auch mitgenommen mhm und die handtasche mhm ne ne die ups Fass was eh ne 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 Nein, schmeiß das weg. Ich will das nicht haben. Geil, explodieren, ey, das... Oh. Hallo? Hm. Hm, ist nichts oben? Ja, ein Schrank. Und ein Tisch. Den Tisch kannst du auch looten. Okay. Das war close. Ich würde vermuten, dass die große Truhe hinten bei dem großen Vieh ist. Ja. Oh, vielleicht. Komm, fall um. Das gute Alter, geh ja schlund. Ich würde gar nicht hinterher müssen. Wo wollen wir hingehen? Zuerst, äh, Teleport-Taktikern. Äh, ja, können wir machen. Ja. Wo ist der denn nochmal? Da hinten. Ich glaube, die Kiste ist da drinnen, oder? Ähm, möglich. Achso, ich sollte vielleicht mal was trinken, dann kann ich auch wieder ein bisschen schneller sprinten. Ah. Äh, äh. Kann aber auch sein, dass die oben beim Helikopter ist, vielleicht. Helikopter, Helikopter. 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 Das ist nix. Schade. Und mit denen können wir auch nicht fliegen, ne? Nein. Versucht hab ich's nicht. Äh, funktioniert nicht. Den Teleporter habt ihr schon aktiviert, ne? Just. Mhm. Ja. Süß. Eine kleine Kiste führt ganz oben. so ich glaube hier hinten ist schon fast nichts da ist die mystische da drin ist die mystische so ach so hier ist noch ein mülleimer ja ich schieb mich halt einfach wieder raus ist schon okay das war der plan ich merke schon gut dann können wir ja reingehen ja oswald recht ja hallo nachher ich kann ja ich komme ja nicht raus wenn man nicht einmal durchgeskippt hat es ist die folge was ist schwerer der schrott einzeln oder uns geschrieben hat weiß es nicht was bringt meine öffentliche werkbank wenn man nie keine metz dabei hat hier ist eine waffenkiste das ist nicht oder eine munitionskiste reparieren reparieren jetzt habe ich nur ausrüstungskiste ja munitionskiste wo war die ausrüstungskiste hier drüben in dem anderen raum oben noch ah oh ja oh ja ich nehme gerne das muss ich dann nur noch gucken ob ich das noch eben modifizieren kann und das kriegt natürlich was hat das ding hier das hat nein das ding hier ablegen so das hätte ich nämlich gerne hier drauf ausrüsten so und dann gucke ich mal eben ob ich die maske die ich gerade bekommen habe noch verbessern kann und dann können wir los ich bin ready ich bin ready oh perfekt sehr gut sehr gut ich habe mir die beine gebrochen wie hast denn das geschafft ich bin runter gesprungen war das hier unten vielleicht noch irgendwas ach ne hier unten laufen wir dann gleich rum ne wenn wir das ziggler vertreten haben äh mich das teil irgendwie seelisch kaputt kann das sein was ich krieg hier seelischen schaden wenn ich an der kugel stehe oh stimmt ich auch äh hier ist ähm ein medkit unten noch ja dann äh lass uns mal schnell reingehen bevor das hier überhand nimmt gucken ob wir zusammen reingehen können überhaupt ich sollte gehen das ist ja ein gruppen mir kommt ein du musst das noch machen wo bist du nur chef ah ich bin nicht chef ich bin auch nicht chef ich bin auch nicht chef chefe wir müssen los ich bin auch nicht loving hilf 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 ja du bist wirklich ein großer Kämpfen wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes gegen Scheiße? Ja, gegen Säure. Sieht doch nett aus. Ich weiß nicht. Das haben wir irgendwie cool gemacht. Wir sind noch ein Legion! Mahlzeit. Nun! Dann wollen wir mal gegen Wappelchen kämpfen, wa? Ich guck mal die Messe. Ja. Jetzt ist er immun. Wo ist er hin? Ach ja, wir müssen ja die Viecher hier töten. Ah. Eher diese Kugeln. Ja. Meine ist down. Meine Duden ist auch down. Kann er auch keine vergessen? Nee. Ich glaub, der kommt jetzt runter. Ja. Ich glaub, der kommt jetzt runter. välch, jetzt auf... Nein. Nein. Es ist ein großes Problem. Nein. Boah! Au. Innesch! M! Juhu! Jeho! Gib mir Loot! Gib mir meine Wurfmesser zurück. Achso. Hat der sonst keinen Loot fallen lassen? Nur das? Boah, also dieses Ding in der Mitte. Die Kiste. Überreste. Achso. Stimmt, dass es die Kiste nicht rauskommt. Aber die könnt ihr alle selbst auch auswählen, ne? Ich klau euch da jetzt nichts. Nee. Das ist für jeden selbst. Gut. Das wollte ich wissen. Oh, fertig. Alle, hopp. Oh. Nee. Geh. Wenn man richtig rumsteht. Irgendwie. Oder? Auch nicht? Nee. Tschüss, Mann. Kann ich euch einen Daumen nach oben geben? Alter, was ist das für eine Kackmechanik? Du musst es gar nicht sehen. Du musst einfach G drücken. Och, ja. Wow. Daumen hoch. Daumen hoch. Erneut herausfordern? Können wir gerne machen. Äh, nee. Können wir schauen, was für ein Loot wir da bekommen. Manni, was sagst du? Erst mal fest... Achso, ja. Ja, klar. Können wir machen. Ich bin bereit zu jeder Zeit. Ich bin im Ladescreen. Du hast abgelehnt. Gib's doch zu. Ja, ich bin im Ladescreen. Ja, aber wenn man den Loot wirklich jedes Mal bekommt, wäre das ja voll überkrass. Naja, du hast halt die Schlüssel. Irgendwann braucht man den nicht mehr, aber das muss ich mir jetzt bitte nicht nochmal angucken. Ja, stimmt. Wenn die weg sind, ist alles weg. Kriegst nichts mehr. Ja, stimmt. Hallo, ich hab überspringen geklickt. Habt ihr auch überspringen geklickt? Ah. Mein PC ist nicht der schnellste. Jetzt hab ich den schon besprochen, obwohl ich das noch gar nicht wollte. Egal. Oh, ich hab das noch gar nicht gemacht. Was ist die Bolle? Was ist die Bolle? Was ist die Bolle? Was ist die Bolle? Ich habe eine Waffe bekommen, aber nur Tier 1 leider. Daumen nach oben, Daumen nach oben. So, dann auf geht's, Quest abgeben. Ja, ich glaube wir müssen noch kurz warten. Oh, ja. Ich sollte es eigentlich noch kennen. Bei meinem alten Rechner hat es auch immer Ewigkeiten gedauert. Ich hing in New World teilweise bestimmt 5-6 Minuten im Ladebildschirm. Oh mein Gott. Ja, es war ein bisschen bitter. Aber was hat man erwartet von einer uralt HDD? Ja, das ist... 2. Ja, dann ist es hier der Arbeitsspeicher oder sowas. Ja, die CPU, die ist scheiße bei mir. Achso, ja, oder? Beziehungsweise schon älter. E7, 8000, noch irgendwas? Du hast es gemacht. Ich wusste, du könntest. Oh. Ich weiß nicht, warum ich mich so überrascht war. Danke. Das bedeutet wirklich viel für mich. Die Fluchtungen in Stardust haben sich sicherer geworden. Und ich fühle mich jetzt stärker. Die Fluchtungen in Stardust haben wir noch mehr, die wir noch mehr haben. Die Fluchtungen in Stardust werden noch mehr, die wir noch mehr von Mitsuko haben. Wir haben noch fünf Monolithen zu verlettern. Bis dahin, der physische Welt bleibt sehr gefährlich für Mitsuko. Ja. Aber das ist bereits ein enormes Schritt vor. Du hast dein Bestes gemacht. Und wir sind bereits zu sehen, dass wir eine Veränderung haben. Alles Gute. Wir sind nicht mehr von den Böden, sondern wir sind nicht mehr von dem Böden. Wir sind nicht mehr von ihnen. Wir sind nicht mehr von den Böden. Aber die Fluchtungen wurden verletzt, die Rose-Wir gerät aus. Wir sind nur von mir aus. Aber die Fluchtungen wurden verletzt, die Rose-Wir gerät aus. All wegen meiner. Ich bin zu schwer für sie zu retten. Das war nicht aus. Das ist ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wer wir glauben können. zu früh ich habe zu früh gedrückt abgebrochen bei mir ist das automatisch passiert so ich glaube jetzt kann man hier wieder rausgehen man sich zurück teleportieren versteht zurück zum persönlichen territorium wo steht das bei mir willkommen zurück steht das bei der hauptquest zurück zu dem persönlichen territorium ja gut dann können wir uns telefonieren äh teleportieren ja ich telefoniere auch immer so sichere faulgel das war die falsche taste jedes mal eine einzige in den kisten ist auch praktisch ja ich habe die taste gesucht um ein motorrad zu rufen du hast deine rampe ja weggemacht verstehe ich jetzt nicht alles was das holz ist weggemacht kommen sie kommen sie ich bin level 16 warum da wird ihr so schnell und ich nicht das ist ja gemein ich bin nur zehn level über mir nur 26 ja sag ich ja wenn ich mein ding die ausblenden warum hast du gerade schaden bekommen habe ich nicht du hast du hast doch gerade schaden bekommen weil der deine lebensleiste hat geblinkt keine ahnung gut hallo machen sie licht an das ist gefährlich Ich muss leider noch so ein Feuerding bauen. So ein Feuerding? Feuerding? Hm. Einen Ofen? Ne, die Quest hier für Feugel. Ach. So, sorry. Ach so. Ja, so ein Schaukasten. Genau. Hm. Der Motorrad funkt. Leuchtet deine Maske jetzt eigentlich? Hm. Ne. Also ich würde nein sagen. Sonst müsst ihr noch mal gucken. Vielleicht so ein bisschen. Boah, geht doch schon. Ja, ne? Oder? Ja. Doch, ein bisschen. Ach, schade. Ich wollte einen Feldunfall verursachen. Wow. Entschuldigung. Würde ich in echt natürlich niemals tun. Hm. So ein schönes Roadkill-Barbecue. Ups. Ich hab die Kurve verpasst. Ja, ich hab's gemerkt. Und da standst du dann plötzlich. Ja, ich hab's eine andere Kurse. Ich hab's gemerkt. Ne. Ich hab's gemerkt. Einmal mit einem größeren Effekt. Du solltest nach unten schauen. Versuch' dich an eine Settlemente, die Meyers Market. Vielleicht werde ich dich da sehen. Bravo Hard to imagine Yet the most unbelievable Just to make sure you Fantaster It's a shame that most people in this world Don't But clearly I'd be glad in return I simply pay to quote a Hey, you're back Yeah, I figured thing Ah, don't worry I still owe you my Here's the reward Well, now Ach ja, hier noch die Season-Belohnung abholen Also die Wochen-Belohnungen Oh ja, die mach ich grad Äh, meine andere Frage Wollen wir die, diese komische Leuchtturm-Aufgabe machen? Die haben wir erst dann schon gemacht Ihr Schweine Ja, das war langweilig Du musstest ja einer Störung hocken Ja, ich hab Menschenleben gerettet Also wirklich Die Leute, die arbeiten müssen Unglaublich Hm Schlimm Schlimm, schlimm, schlimm Oh, jetzt haben wir uns noch nicht freigeschlimpelt So, ne, noch nicht Dann kann ich ja morgen auch noch mal ne Runde alleine spielen Das passt ganz gut Mhm Wann hast du denn geplant alleine zu spielen? Äh, weiß ich noch nicht Ich muss erst mal Schlaf nachholen Ich wollt grad sagen Okay, äh, sollen wir uns Irgendwo in der Nähe von Myers Market Eine neue Location suchen, wo wir unsere Häuser hinschmeißen? Können wir machen? Vielleicht am Wasser? Ähm Ne, ist egal Wir suchen halt was Ja, wir können ja mal gucken, ob wir Darf vielleicht oder so bauen können Wo ich markiert hab Auf der Karte Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt Wenn ich einen Pin setz Ja Joa Ich seh's auf deinem Let's Play Äh, Stream Okay Also ich bin schon da Was? Ich bin da Schweinerei Weißt du, ich steh hier vor dem Warten Auf euch Ich hab ja den Biber geholt Der spunt hier Achso Ja Ja Dann fahren wir dafür mal Dann hol ich mir auch gleich den Punkt Achso, fahren wir jetzt zum, äh, Dingens oder zum Zur Stadt Dann fahren wir erst zur Stadt, weil wir da den, ähm, Teleporter noch holen können Müssen wir aber, glaub ich, hier lang, oder? Welche Stadt denn? Die neue Warte, ich muss mal eben gucken, wo wir dann langfahren müssen Hä? Ne, wir müssen trotzdem da langfahren Ich bin falsch abgebogen Oha Da nicht viele Sachen reinhauen Ich weiß nicht, wo du hin willst Ähm, es gibt Es gibt, äh, jetzt so wie die kleine Stadt, wo wir jetzt gerade drin waren Oder dieses Camp, gibt's jetzt ein neues, wo wir hin müssen, ein neues Gebiet Ja Ja Ja, und da fahren wir jetzt zuerst hin Genau Bei Quest und so Mhm Oh, hier konntest du auch den Spaltanker nicht, äh, äh, aktivieren? Mhm Okay Das, äh, können wir erst gleich machen Ah Wenn wir mit der Hauptquest entsprechend weit sind Ups, das funktioniert so nicht Uh, das ist schwierig Was für ein Skill soll ich nehmen? Die sind beide geil Ich benutze beide Waffen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wirklich schön Ich weiß es nicht Aber ich habe es nicht Okay. All right, pal. Hold it right there and identify yourself. Oh, yeah. You've got one of those weird backpacks. Uh, cradle, right? Hold on a sec. I'm gonna check with the mayor. I'm right here. Let the mayfly in. Understood, ma'am. Maxi Rodriguez. I'm the mayor here. I haven't seen a mayfly in a while. It's good you're here, though. I have a pretty unique problem that needs solving. Ah, nice. Jesus Christ. It's been about half a year now. Pregnant animals here, even pregnant people, all get infected by stardust and turn into these trees. You can go ahead and see for yourself. This is some strange shit, all right. Here. This is what I mean. Agnes Joy. Used to be the best weaver in town. Now she's like that. The only one in Myers Market. Thank God. Nick's been there since Agnes transformed. Won't budge an inch. I'm worried we're gonna lose. Yeah. Agnes is perfectly healthy for a tree. Plenty of green leaves. I figured there is a transcendent behind all this. If you... There's an abandoned hideout by the river that might... Good. I warn you, though. Uh-huh. Let's go. Mm-hmm. Gee engaged. Let's go, Nick. Random in Jack. Äh, ähm. Okay, cool. Was ist cool? Äh, mit den Überbrückungen. Ach so, ja. Ähm. Toll. Ich hab vielleicht... Schluck auf, ein bisschen. Ja, genau. Fürs Auslachen hast du dich jetzt verschluckt. Naja, vielleicht ein kleines bisschen. Hm? Ähm. Wow. Wir müssen einfach einmal fast komplett zurück. Aber wir können ja zu einem Teleportationsturm. Hm, sollen wir zuerst unser Haus umlagern? Ja, können wir gern machen. Einer sollte sich vielleicht den Biber holen, wenn er da ist. Weil den kann sich nur einer nehmen. Und dann ist er weg für's... Weiß ich nicht, wie lange. Ähm, wo ist der denn? Der ist unten. Geh mal jetzt mal da runter. Also, äh, äh... Siehst du das? Äh, da unten am Hafen von dieser Stadt, wo kein Wasser ist. Auf der Karte. Da sind so Stege raus. Bei der Stadt hier. Wie hier? Äh... Ne, nicht so weit. Direkt unter der Stadt. Also, wo wir jetzt hier sind. Ach, da. Hier bei der Stadt. Also, da wo Wasser... Also, hier drüben. Schauen wir mal kurz, ob er da ist. Okay, spawnt nicht. Ich seh ihn nicht. Der müsste da auf dem Steg rumfliegen. Ich muss erstmal hier rote Beete looten. Und Mais. Der fliegt da drüben auf dem... Auf dem Grundsteg fliegt er. Ja. Den hole ich mir. Ah, da ist er ja. Schnell, den Holzsammler. Einer von den wichtigsten. Nehmt, wird er so. Nice. Karotte. Kartoffeln, meine ich. Oh, hier kann man Köder kaufen. Dann komme ich hier einfach wann anders nochmal vorbei und hole mir den dann. Ja. Loot. So, wo wollen wir bauen? Moment. Erstmal alles weg looten hier. Das verdirbt doch eh. So viel kannst du gar nicht. Na und dann habe ich Dünger. Ich habe noch nie Dünger hergestellt. Ich schweige denn, intensiv was angebaut. Werde ich wahrscheinlich auch niemals tun, aber was man hat, hat man, ne? Einzige, wieso ich Blumenbeete habe, ist, dass meine Zellen diesen Bonus bekommen, dass sie äh, Dünger generieren. Oh, ja, okay, gut, das ist sinnvoll. Dadurch sammeln die halt näher Eisen. Hm. Ah. Und du willst hier am Fluss bauen? Ähm, ja, unten am Fluss, beziehungsweise, äh, wo der Fluss ins Meer geht. Dachte ich, wäre vielleicht ganz cool. Ich weiß aber nicht, wie es da ausschaut, ob das passt von der Fläche her und ob da nicht andere gebaut haben. Und ob da Ärzte in der Nähe sind, das wäre vielleicht auch. Achso, naja, unsere kleinen Figürchen ziehen, das ist ja auch so aus der Erde raus, oder? Ja. Ja, gut, dann ist das ja ein Manifekt, das ist ja ein Manifekt, das ist ja ein Manifekt. Ja, okay. Das lasse ich dabei, habe ich mir letztes Mal mein Auto, äh, oh, Krokodil. Ich ne, deine Haut. Versuch mal nicht zwingend durchs Ohr, Brote Beete. Äh, durchs Wasser zu laufen. Why? Weil, äh, wenn das wieder, ähm, kontaminiert ist, dann... Achso, nee, das ist nur, wenn wir drin schwimmen, ne? Yes. Okay, dann ist egal. Oh, hier ist doch auch ganz schön, ob man da anzapfen kann und wie ist funktionierende Windrad? Ich befürchte nicht, nee. Aber hier sieht eigentlich schon ganz cool aus, ne? Auch mit den Erzen, die hier sind, wenn man mal noch selber sammeln geht, weil man dringend was braucht. Ja, das scheint ganz cool. Ja. Dann muss man mal so eine Stein... ...Eine Pulschen bauen will. Ja. Ja, ich muss das erst mal freischalten, das habe ich ja auch noch nicht. Äh, wie kann man dann umbauen? Äh, B und dann Z. Und dann musst du erst mal noch hochziehen, das ganze Pulschen. Ich glaube, ich möchte aber nicht direkt am Wasser, sondern eher... Ja, obwohl, wenn man... Ah, schwierig. Ja, wenn du am Wasser baust, äh, blockst du halt keine Spawnpunkte. Ja, 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 deswegen... Und was meinst du mit, äh, Blocken von Spawnpunkten? Ja, Erze. Wenn du dein Haus auf Erze oder Holz drauf baust, dann ist die Spawn da natürlich nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob die Viecher, wenn man dieses, diese Welle anmacht, ob die im Wasser ausbauen. Warte mal, unsere Gebiete snappen aneinander, ne? Ja, ist voll nervig. Okay. Ich wollte gucken, dass ich... ...nicht so nah an den anderen gegenüber dran baue, damit der halt sein Territorium auch noch erweitern kann, ne? Ja. Ich fände nicht irgendwie doof. Naja, kann man ja schnell wieder... ...umbauen. Ja, obwohl so groß ist das Territorium ja auch gar nicht. Hast du schon erweitert? Nein. Das ist schon sehr riesig. Oh ja, was ist denn jetzt da kaputt? So. Was solltet ihr das denn jetzt? Ich möchte gerne noch ein bisschen hochscrollen. Nicht hier nicht bauen. So tief im Wasser. Die Wellen sind blöd. Ähm. Ja gut, also vielleicht... Hm? Ich muss einen Steg bauen. Ja. Oh, wir kriegen hier sogar Muscheln mit raus. Teilweise bei den Muschelfelsen. Mein Haus ist zu niedrig. Nein. Falsche Taster. Ich hab schon gesetzt. Jetzt schwimmt da die Welle immer rein. So. So. Das erste Pasch ist. Ups. Das war ich nicht. Habt ihr Dinge getan. Wollte nicht auf die Kiste zugreifen. Das Eisen abgeholt. Sehr freundlich. Bisschen Schrott. Ich könnte mal... Ähm... ...ja, aber du kannst doch die Sachen einlagern, die... ...sowieso schon da drin sind, oder nicht? Äh, du musst schon wirklich auf dem Reiter sein, was du einlagerst. Also du hast jetzt hier Materialien, also klick mal auf Materialien. Und dann Haar. Dann sortiert das erst rein. Also verschmelzen. Wow. Ähm, ich brauch... ...ne zweite Kiste. Nein, ich will nicht zählen. Äh... Anlagen... Lager... Grosse Kiste. Äh, die brauch ich nicht. Halt. Das war mein Essen. Das brauch... ...brauch ich noch. Und das möchte ich auch gerne mitnehmen. Das hier kann ich alles einlagern. Oh, wow. Die Kiste ist schon wieder voll. Ähm... Habe ich neue? Ja. Wunderbar. Territorium, soweit, wichtig und richtig. Und... Ich... Warum kann ich das nicht? Bemütigen... Achso. Wo kann man eigentlich diese komischen Barren herstellen? Welche Barren? Äh... ...für die Steingeschichten? Am Ofen. Am Ofen. Äh, das musst du aber, glaub ich, auch erst freischalten, oder? Ah, okay. Kann gut sein. Vielleicht, wenn man das... ...freifaltet, die Häuser. Ähm... Warum war das denn? Irgendwo musste man das... Warte mal, lass mich mal gucken, ob ich das schon herstellen kann. Ich meine, irgendwo müsste man das freischalten. Schicken wir doch einfach mal. Oh ne, Sinterziegel habe ich schon drin. Ich hoffe, dass der Biber gleich respawnt, damit ich den auch in meine Base setzen kann. Hm. Meine Freundin kann ich keinen Schritt machen, ohne dass der Hund ihr folgt. Die Ärmste. Ja, wenn du ihn ignorierst. Oder sie... Funktioniert ganz gut. Obwohl immer, wenn sie dann halt zu mir kommt und Aufmerksamkeit möchte, kriegt sie die auch. Aber... Die hat mich halt... Äh, die sieht mich öfter. Und deswegen, äh... Denkt sie dann sehr an ihr, wenn sie dann da ist. Ich hab gerade zwei Bäume auf einmal gefällt. Easy peasy. Ähm... Okay, cool. Was sagt eigentlich gerade meine Bitrate? Oh, es ist so schön. Es ist so wahnsinnig schön. Ich feier das total. Ja. Ops. Nein. 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 Endlich in Full HD Stream. Was hab ich gemacht? Ich kann mich zu dir teleportieren. Äh, mach mal nein. Oh. Zu spät. Ich hab auf Ja geklickt. Wo bist du? Oh. Beim Haus. Du hast einen Wasserschaden. Ja, das hab ich auch. Ähm, das, äh... Ich hab mir sagen lassen, dass das nicht so gut ist, dass da von Sachen kaputt gehen können. Von Leuten, deren Häuser unter Wasser standen. Ach ja. Das ist ein echt oder im Spiel? Ein bisschen vom Weiben. Was? Im Spiel geht das kaputt? Was? Nein. Ja, so ein feuchter Boden. Ich hab mal in meinem Haar kommt das gefallen, weil der will kälter, niedrige Temperatur. Aber, äh, ist nicht. Aber cool. Dann bringt der Würfel Teile, womit ich Teleporter bauen kann. Das ist echt geil. So ein Raumschlüsselstein, das ist nice. Den lass ich drin. Den booste ich so weit, wie es geht. Der braucht Spielzeug. So, ich kann schon Stahlbarren herstellen. Ach, Moment, ich könnte mein Territorium noch eben erweitern. Das hab ich ja jetzt freigeschalten. Jetzt hab ich die richtige Taste. Ich kann mein Territorium nicht aufwerten. Weil ich zu nah an dem anderen dran bin. Kruzifix. Tü, 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 tü. Ah. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder umsetzen kann. Schutti, putti. Das war so klar. Ja. Ja. Ich glaube, ich komme dann einfach, äh, auf die andere Seite von euch. Ich glaube, da stand noch kein anderes Haus. Oder ich gehe halt hier irgendwo hin. Weil hier ist halt auch relativ viel Zinnerz. Obwohl, wenn man ein kleiner Roboter das macht, bräuchte ich das nicht mehr. Irgendwann. Du brauchst eher Steine. Hm. Ganz viele Steine. Merke ich auch gerade. Wieso, was brauchst du gerade? Ich hab mir zwei Fundamente gebaut und schon hab ich keinen Platz, äh, keine Steine mehr. Ja. Jetzt aber einen Moment braucht fünf. Damit ich, ähm, jetzt Sunplanet Crafter nicht weiterspiele, werde ich hier einfach Sammelsessions machen, wenn ich irgendwie andere Streams oder so gucke. Ja, kann ich überhaupt mit da vollziehen. Oh du, ich kann, ich hab jetzt einen Verkaufsautomat. Das Ding ist, selbst wenn ich jetzt Stahlsachen herstelle, ich glaube... Kannst du mir doch nichts anfangen. Doch, ich kann eine Stahlspitzhacke herstellen, aber ich glaube... Ähm... Ich hab noch nie Stahl gesammelt. Kannst du auch nicht. Eisen. Ich hab auch noch nie Eisen gesammelt. Sammeln bei mir alles diese kleinen, äh, Miner. Achso, ja, selber gesammelt hab ich das auch noch nicht. Wie Barren hab ich denn jetzt schon? Also die sammeln echt verdammt gut. Ich hab jetzt 443 Stahlbarren. Hm. Also, okay, ich hab aber auch massiv viele von denen, woher auch immer. Ja, ich hab nur einen. Ich hab fünf. Ich glaub, das ist auch nicht normal, dass man fünf von den Dingern am ersten Tag bekommt. Nein. Eigentlich nicht. Was, der Kühlschrank braucht Strom? Nein! Bei dir das ist jetzt nicht klar. Von Luft und Liebe läuft der nicht. Nicht? Ich hab sogar nicht so Wasserantrieb. Deswegen ist meine Basehole leicht unter Wasser. Achso, ja, ne, dafür brauchst du dann aber auch wieder ein Wasserrad, ne? Oh, Menno, ich brauch diese Bauteile, die kann ich aber nirgendwo her. Ich weiß nicht, wo man die hier... Ich glaub, ich muss das echt mal nachschauen, wo man das herbekommt. Einmal feuerfestes Plastik und veredelte Teile. Ich hätte auch gern dieses Killerkaninchen, was du da hast, aber irgendwie droppen die Häschen das bei mir nicht. Hat bei mir das erste Häschen gedroppt. Hast du meine Wutepuppe schon gesehen? Will ich die sehen? Ich weiß nicht. Willst du? Weiß ich nicht. Nutze sie mal, so hat sie sie bei mir hinten drin im... Als Begleiter. Ist ja auch ein Kampfbegleiter, die Häschenkuppe. Amüsieren und Angriff. Jetzt müsste sie eigentlich gleich bei dir auftauchen. Oder auch nicht. Äh, aufgrund von möglichen schwebenden Objekten? Hä? Hier ist sie gut. Warte, ich kann grad noch nicht gucken. Äh. Und jetzt sie weg. Ich glaub, du musst ein bisschen höher bauen. Hm. Wer muss höher bauen? Äh, Manni. Ja, bau lieber höher. Auch wenn's vielleicht blöd aussieht, aber auch schon höher, bevor die Wellen kommen. Ja, das Problem ist, ich kann's da gar nicht hinplatzieren, wo ich's grad hinplatzieren wollte. Sind die 10 Minuten herum? Äh. Guck ich mal hier, ob's hier hingeht. Ich zieh auch noch mal um. Okay, worum zieht ihr denn jetzt alle um? Perfekt. Weil ich nicht einmal im Wasser bin? Ja, okay, das macht Sinn. So, wie groß ist denn jetzt mein Territorio? Ich konnt's noch nicht vergrößern, weil irgendwo ein Konflikt war. Genau, jetzt kann ich's aber bestimmt vergrößern. Und das war gar nicht so gut. Hier ist voll... Oh, schmute, guti. Egal. Hier sind Krokodile. Nachdem ich jetzt wieder jede Taste einmal durch habe. Mach. Hast du's vergrößert? Ja. Sehr gut, dann würde ich jetzt mal es auch holen und schauen. Mh. Konzessionen. Wenn mein Haus angedockt ist, ich kann's nicht drehen. Hm. Hast du echt tabatt gemacht? Ich kann's nicht drehen. Das ist jetzt irgendwie gedockt bei dir, aber ich kann's nicht drehen. Woll. Junge, 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 braucht man viele Steine. Schiff. So, weil... Ich würde ganz gerne hier einmal rundherum Stein machen. Ich glaube, ich mach mal die Leuchtturm-Mission. Mach das, mach das. Ich will doch da nicht angedockt werden. Ich will dich nicht bei mir andocken. Nein, weil mein Haus dann falsch steht. Und ich kann's nicht drehen. Sonst würde ich's gern machen, aber... So müsste ich mein Haus komplett umdrehen. Oh Gott. Das ist echt dreckig. Ich kann's halt auch nicht drehen. Ich versteh nicht, wieso ich's nicht drehen kann. Sonst würde ich's da hinbauen. Äh, ja, ich... Ich denke, ich werd mal ein bisschen Steinchen kloppen gehen, na? Ich habe das Gefühl, ich werd ein bisschen davon brauchen. Überordentlich. Ach, ich hab keine Hacke mehr. Ja, irgendwie 200 Keys für so ein bisschen ausgegeben. Ja, ich hab 400 irgendwas Keys gerade für 44 Ziegel benutzt. Das ist nicht viel. Das ist die falsche Bank. Ach, schon besser. Wäre nicht lovig, ich hab die Stahlspitzhacke doch schon freigeschaltet. Ach, dafür brauch ich wahrscheinlich die bessere Werkbank, oder? Ja. Jetzt kannst du es bei mir bauen, wenn du sie noch nicht hast. Warte, also freigeschalten hab ich sie. Ich muss nur gucken, ob ich sie bauen kann. Ich glaube, aber da musstest du die Metz mitnehmen. Äh, nicht so freundlich. Das ist die Nachschub-Werkbank, ne? Äh, ja. Da brauchst du ein bisschen... ...bronzebarren. Ja, ich brauch noch drei Bronzebarren, die, äh... ...die kann ich eben noch schnell machen. Dafür hab ich gesammelt. Die schöne Treppe auch ohne Gelander. So, jetzt muss ich nur noch, äh... ...die Steinwände freischalten. Ich glaub, dafür brauch ich aber fünf Mimitriken, Mimitiken, so. Ähm... ...ja. Ich geh mal kurz gucken, ob ich hier nebenan looten kann. Oh. Was suchst du denn? Oh. Ich such gar nichts. Ich guck mal, ob ich looten kann und, äh, vielleicht dadurch, äh, Mimitriken freischalte. Ah. Okay. Wird kaputt. Oh, hier ist auch direkt ein Spaltanker, kann das sein? Ja. Ach, das ist die Riesenstadt hier nebendran. Mhm. Hm. Wie die Crocodile. Junge, Junge. Junge- Das war's. 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 Was hast du denn? Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. Nein. Das ist. Das war's. Ah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, no. Nö. aktiviert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin tot. 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 aufheben. Ich bin tot. Ich bin tot. Und... und... und warten. Okay. Okay. vielleicht solltet, Ich bin tot. 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 Okay. Ich bin tot. 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 der Kerl, der Kerl. ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh. Ich bin tot. 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 noch weg. So, und jetzt kann ich dann nämlich... Die hier nochmal... Entschuldigung, ich wollte nicht so ins Ohr niesen. Oh, alles gut. Oh, der saß tief. So. Dann... Ich glaube, ich will auch noch eben Rüstung upgrade... Upgrade. Mach das, mach das. So, und dafür brauche ich erstmal Holz wieder. So, wunderbar. Das hätten wir. Dann kann ich jetzt nämlich einfach hier auf alles zerlegen klicken. Das gleiche kannst du übrigens auch mit Waffen machen. Habe ich gerade schon. Oh, nice. Oh, Munition, die man nicht braucht, kann man auch zerlegen. Ja. Julio. Oh, ich muss auf die Jagd gehen. Hm. Ja. Hätte ich doch mal die ganzen Viecher da mit. So. Die Mods habe ich auch verbessert, zumindest eins. Warte mal, ich habe doch jetzt die hier. Jetzt kann ich doch auch bessere Munition herstellen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ähm. Freigeschaltet müsste ich es eigentlich haben, aber ich habe keine andere Munition. Ja, doch, die ist grün. Ja, die habe ich aber schon vorher gehabt. Okay, dann kann es sein, dass es wirklich noch eine andere Station sein muss. Hm. Was ich eben machen möchte, ich habe wieder Chiffrin freigeschalten. Die könnte ich mal eben einsetzen. Ja. ... Shhhhhh! So, ganz viel für mein Haus. Nice. So, was möchte ich denn hier haben? Und das willst du dann einfach so nebenbei dann machen? Jaja. Ja. Oh, Ressourcenverbrauch beim Sch... und ähm... Hier, äh, minus 30% Ressourcenverbrauch und minus 30% Schmelzdauer beim Schmelzen von Kupfer, Bronze, Stahl, Aluminium und Wolframbarren. Oh. Mit einem Schmelzofen oder elektrischem Ofen. Das ist, denke ich mal, obwohl ich hab hier halt... das ist halt nur was, äh, ach so, das ist, glaube ich... Willkommen zurück, Lala. BB, äh, neue Anlage, exquisite Aufbewahrungskiste. Die große Aufbewahrungskiste bietet 64 Gegenstandsplätze. Uh, nice. Oh, was soll ich denn jetzt nehmen? Neh, nehm mal diese Auswahl. Ich nehm das mit dem Schmelzen, weil mehr Barren rauskriegen ist immer gut. Ja. Oh ja, ich weiß, dass es andere Munitionstypen gibt, ey. Da war schon wieder die falsche Taste. Äh, quadratisches Stein... Ach, das ist ja cool, dass sie so klein sind. Kann ich perfekt als Umrandung nehmen. Wie, ich hab schon wieder zu wenig Haut. Ach, alter, das nervt ja... Echt mal, zeig doch mal ein bisschen mehr Haut. Das nervt ja mal so hardcore ab. Selber schuld, wenn man die Krokodile nicht lootet. Ja. Neue Munition wollte ich noch machen. Ach genau, ich wollte mal gucken, ob ich bei den Mimetiken nicht doch irgendwie noch Stahlmunition... Ach so, ich hab Munition noch gar nicht freigeschaltet, fortschrittliche. Ah. Äh... Ne, ich meine... Die da. Ja, weil dann... Hä, aber... Ach so, das ist... Ja... Ja, ich, äh... War nur so die zweitbeste Idee, was ich hier getan habe, aber okay. Äh, warum hab ich dir jetzt schon wieder ne... Ach so, einsames Licht können wir abgeben, ne? Ja. Ähm... Dann teleportier ich mich mal eben da hin. So nicht, dass die Katze dann auch wieder da... Aber ich seh meinen Chat gar nicht mehr. Hoppala. Mal kicken. Katzo. 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 Connor Mann. Okay. Alter, warum muss die Kacke eigentlich hier immer nerven? Weiß ich nicht. Schlimm, oder? Mhm. Ja. Nerv nicht. Ist ja übel. Au. Ähm. Was? Ich glaub hier gibt's noch ne neue Quest jetzt. Okay. Ich brauch weiterhin Haut. Äh. Ja, genau. Geh einfach in das Dorf neben uns. Direkt. Weil da gibt's, äh, ja die ganzen Kokos. Die geben dir alle Haut. Okay. Ich könnte endlich mal dieses kackgekochte Wasser machen. Ja. Alter, und wenn du dann das, du wählst ne Waffe aus und das Motorrad sagt, nö. Nicht hier, nicht jetzt. Und ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ja. Alter, ist das nervig. Ich hab kein Kies. Rech. Red child. Ich hab ein Walken. Okay. So. Ich brauche noch ganz viel Kies, weil ich noch so viele Sinterziegel machen muss. Ja. Nee. Ich möchte dich nicht platzieren, Motorrad. Nee. Oh, hier geschehen Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Geh weg. Nee. Das ist so richtig... Du musst es wirklich zwingend hin platzieren, oder? Ja. Oder nochmal G drücken. Ah. Ja, gut. Ich habe gerade, als ich nochmal G gedrückt habe, mein Figürchen herangezogen. Ja, und dann musst du nochmal G drücken. Noch zweimal. Das ist... In dem Fall echt maximal nervig. Mhm. Ach, ich muss dann... Warte mal. Nee, das ist die ganz normale Demontage-Werkbank. Ja. Ähm. Anlagen... Elektrischer Herd. Nee, nicht der elektrische. Ich will den anderen haben. Hier. So, und jetzt möchte ich bitte einfach nur ganz normales, gekochtes Wasser machen. Was ich nicht machen kann, weil ich schon wieder kein dreckiges Wasser habe. Und wir hier leider auch nur mehr Wasser in der Umgebung haben. Ach, shoot. Da war der Fehler. Ja... Nee, haben wir nicht. Nee? In dem Dorf hinten, wo du gerade Krokus jagst, da müsste... Eigentlich dürfte das kein Meerwasser sein. Ist Meerwasser. Shoot. Ja. Dachte ich mir auch. Aber in dem Fluss nebenan. Da doch bestimmt nicht, oder? Musst du gucken. Ich meine, theoretisch fließt ja der Fluss ins Meer. Also sollte da ja kein Meerwasser drin sein. Vielleicht. Äh... Serverlegen gerade etwas. Äh... Ein bisschen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Äh... Genau. Nicht mitbekommen. Also ich hab's ernsthaft nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Also es ruckelt ein bisschen, ja. Aber ansonsten... Was sagt denn meine Bitrate gerade? Ah, ist das schön. 11.000. Obala. Warte mal. Bin ich jetzt hier? Das... Ja, jetzt hab ich nochmal geschossen. Ich hier jetzt gerade mal bewege. Pixelt das arg? Ne, das geht. Hallo, ich möchte hier bitte durch. So, was haben wir hier für ein Wasser? Mehr Wasser. Das ist ja scheiße. Ja. Ja doch, es pixelt schon ein bisschen. Aber die Bitrate stimmt eigentlich. Ja, das pixelt, weil zu viel auf dem Bildschirm dargestellt wird und du gerade läufst. Okay. Da kannst du nichts gegen machen. Da ist... Da ist... Da müsstest du wie bei YouTube mit, äh... 30.000 bis 40.000 reinzimmern. Hm. Ja, so viel habe ich nicht. Ah, hier ist auch Meereswasser. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig vielleicht. Mhm. Ich gehe mal zurück nach Hause, teleportiere mich in die alte Stadt und dann gucke ich, dass ich von da aus irgendwo, ähm, an dreckiges Wasser komme. Mhm. Ich meine, wenn ich in Salzwasser oder Meerwasser mein Essen koche, ist es doch direkt gesalzen, oder nicht? An sich ja. Hm. Hat vielleicht dann ein bisschen fischigen Beigeschmack, aber... Schadet nicht. Ja. Fisch ist lecker. Ja. So, einmal in die alte Stadt, bitte. Ja. 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 Aber jetzt erst mal wieder raus der Hause. Ähm, ach, kein Upload, ja, aber liegt am Encoder bei Twitch, bald soll ja, das ist, also, ein Enhanced Broadcasting ist schon draußen, ich hab ne Bitrate von 10.000 gerade, oder 11.000. Ja, das ist immer noch zu schlecht. Ja. Hm. Mit AV1 kannst du das Bild, was du jetzt aktuell übersendest, ähm, verdoppeln ungefähr. Ah, okay, cool. Hm. Wann soll das rauskommen? Irgendwann. Cool. Kann ich hier kein Wasser sammeln? Ich will dich nicht hier platzieren, Kack-Motorrad. Doch, jetzt kann ich dreckiges Wasser sammeln. Ach, ich wollte. Wow. Ich muss noch zwei Minuten warten. Hm. Ach, warte, hier ist noch ne Quest, die ich annehmen kann. In der alten Stadt. In der alten Stadt. Hm. Oh ja, die hab ich wahrscheinlich alle erledigt. Jagd der Vergangenheit heißt die zufällig? Ja. Okay, die muss ich irgendwie auch noch machen. Ach, cool. Ich hab sie zwar schon angenommen, aber noch nicht erledigt. Sehr gut. Ich hab sie zwar schon angenommen, aber noch nicht erledigt. Sollen wir die dann eben machen? Hm? Hm? Ich will mal eben gucken, was der Weber hier verkauft. Hm. Hm. Mini-Reflex-Visier. Einfacher Schalldämpfer. Moment. Das muss doch gleich mal getestet werden. Oh yeah. Ja, gleich Upgrades durchgeführt. Werde das bereuen. Ja. Ach, komm schon. Hm? Ach, Kruzifix. Hättet einfach lassen sollen. So, wir sollen dann da hinten in das Haus rein. Bis zum nächsten Mal. Wow. Mülleimer noch. Oh, das ist echt nur dieser Magazinkarton gewesen, oder das war das? Welcher Magazinkarton? Hier ist noch eine Waffenkiste. Die Questbelohnung. Äh, die Quest meine ich. Oh, ich habe eine Waffe bekommen. Äh, ja, ich muss, äh... Ach, du musst es noch holen. Warum kann ich nicht Q drücken? Hast du wieder G gedrückt? Nee. Äh, wo ist das denn? Das Magazin bin ich blöd. Hä? Oh, wow. Da oben. Dankeschön. Nee. Hä, das ist das auch ein P... Sag mal. Die Kiste läuft vor mir weg, die will mich verarschen. Hm. Hast du die Mission denn noch? Ja. Suche nach dem alten Magazin. Wo war die Kiste denn? Du hast ein... ...Quest-Symbol auf deiner Karte. Ja, da ist aber nur ein Umkreis eingezeichnet. Ja, dann... ...geh mal hier hin. Oh, wow. Das ignorieren wir einfach, okay? Hm. Dieser Moment hat nie stattgefunden. Okay. Kiste. Und irgendein komisches lila Zeugs, was auf Boden blüht. Ja, das lag ich nur bei dir. Okay, ich hab Bunkerzugangstür geöffnet oder so. Was? Äh, keine Ahnung. Irgendeine Bunkerzugangstür. Hast du eine neue Mission bekommen? Nee. Hm. Keine Ahnung. Ja. So, Aufgaben. Haben wir hier denn noch irgendwas in der Nähe? Guck doch einfach auf die Karte. Und dann siehst du, alles was, äh, viereckige Punkte sind, sind aktive Missionen. Und die kannst du dann mit Rechtsklick auswählen. Begib dich nach Zvögel und finde den elementaren Nachwuchs. Ich muss hier noch irgendeinen elementaren Nachwuchs finden. Ach, der ist sogar hier in dem Gebäude drin. Okay. Ach, das war die, auch die eigene Mission. Okay. Ja, bei mir steht nichts. Scheiße, hast du noch Kupfererz? Nicht dabei, aber... Ach, scheiße. Das ist relativ einfach. Guck mal, nach rechts. Oh. Okay. Oh, jetzt habe ich 163 Kupfererz. Sollte ausreichend sein. Ja, ich denke auch. Ihm fehlen noch 17. Aber cool, dann habe ich gleich einen zweiten Miner. Ja, genau. So, wir könnten natürlich jetzt hier noch weitere Missionsziele annehmen. Hier drüben ist noch eine Kiste. Mhm, die habe ich schon. Perfekt. Stimmt, hier sind noch ein paar, ne? Auch noch ein paar Teleporter, die man holen könnte. Und ein paar Anker, die man vor allem aktivieren kann. Die auch vom Level her nicht so hoch sind. Ja. Müssten wir nur entscheiden, machen wir jetzt erst die rechte Seite oder die linke Seite? Äh, links habe ich gar keine Spaltanker mehr. Die sind bei mir schon aktiviert. Dann würde ich eher rechts machen, oder? Achso, ja, da gibt es eine Mission, die wir noch nicht haben. Achso, ja. Wenn du da auf die, ähm, auf das Krankenhaus gehst. Oben links. Ah, ja. Nee, 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 da. Ja, dann würde ich vielleicht erst rechts abklappern, dass wir erst, äh, zu, äh, Sutherland Obstplantage fahren und dann einmal so quasi im Kreis. Wo ist denn Sutherland Obstplantage? Ganz rechts. Schabe markiert auf Karte. Ja, wollen wir dich vorher oben bei dem Teleporter anhalten? Da ist auch eine Mission. Jupp. Oh, Truhe. Oh, nö. Oh, nö. Mann, hier muss man wieder voll gut durchnavigieren. Hä? Da war's ganz gut. Wir müssen, glaub ich, auch für die Saison für diese Woche, ähm, Teleporter freischalten. Ich glaub zehn oder zwanzig Teleporter freischalten, ja. 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 Jupp. Ja. Ja? die quest ist hier oben auf dem satelliten oh wow da sind wir literally gerade her gekommen ach nee moment das sind ganz viele sachen die wir machen müssen ja gut dann können wir da auch später dann einmal vorbeifahren aber erst mal wird hier gut sofort weg teleporter noch aktivieren und dann geht es auf zu den ersten spaltanker der ist hier unten was kann man den anpflanzen ja äpfel habe ich bekommen aber vielleicht kannst du die äpfel einpflanzen ich meine so funktioniert es in der natur eigentlich auch jetzt zu sauerland ich bin vor dir und hier sagte wollte dass man bienen finden kann holische das ist gut zu wissen wo er so eine agro scheuche wo ein schuss voll nervig die viecher ja ich habe hier eine aufbewahrungstruhe immer dieser durst voll nervig ja so und gefühlt hat man ständig durst wahrscheinlich auch einfach nur weil wir eigentlich destilliertes wasser die ganze zeit trinken aber ok oh eine regnstrecke und genauso hässlich wie in deutschland das könnte wirklich die hofeinfahrt von einem landwirt sein oh wow suche nach mysteriösen kisten aktiviere den spaltanker suche nach zwei waffen und ausrüstungskisten so hier hinten haben wir schon mal eine truhe nein haben wir nicht fake truhe mit fies ok eh warte mal ah ne ok ok das gehört nicht dazu hier ist der spaltanker oh guck mal ein gierschlund hier ist der spaltanker oh 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 ich hab im russi keinen hut bekommen ich nicht oh oh god hier ist ein labyrinth oh ne ha ausgedrext hier ist ne aufbewahrungskiste hier bei mir auch oh äh oh und hier geht es in den untergrund oh warte mal eben hm 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 oh das sieht geil aus hm schade hm vielleicht habe ich es erwischt wunderschön gemaltes bild und mit einem explodierenden zombieschädel wow jetzt ist ja noch mehr labyrinth oh hier fühle ich mich zuhause hm hm hast du dich vor die vor den zombies erschrocken nein vor dir Oh, wieso? Ich hab nur was gehört und auf einmal standst du daneben mir und dann hab ich mich vielleicht erschrocken. Oh. Und wie musst du wieder zurück? Mhm. Außer hier gibt's nix mehr. Doch. Oh. Ein Propeller und ne Waffenkiste. Und ne äh und die mysteriöse Kiste. Wie viele Bauplanfragmente braucht man eigentlich? Zehn. Zehn. Mhm. Und wie kann man die freischalten? Äh, die findet man. Als Dude. Ne, ne, ähm. Muss man noch irgendwas machen, damit die freigeschaltet werden? Äh, ja, du musst in den Bauplan-Tab gehen und die da aktivieren. Ah, super. Weil so von einigen Sachen hab ich irgendwie 40. Hm. Hier unten ging's noch weiter. Oh, warte mal. Komm mal hier hoch. Warte. Oh. Hm? Wieder oben. So, wo bist du? Äh, da. Wo ist es hin? Hier. Ach da. Wo ist es jetzt hin? Da hinten. Ah. Oh. Hm? Wie ist es hier? So, jetzt wird uns nur noch eine Waffenkiste. Mhm. Dann haben wir alles. Hier hinten war irgendwas. Ja, ich komm mit. Ah, und da. Ah, ist nur ne Aufbewahrungskiste. Oh mein Gott. Achso, die hab ich schon. Aber hier drin war ich, glaub ich, noch nicht. Da oben ist noch was. Das zieht nach Waffenkiste aus. Ja. Nee. Hm. Wow, ich hab gleich die Pilze bekommen. Doch, die Server lenken gerade definitiv, weil du teleportierst dich bei mir teilweise. Achso, ja, das ist schon die ganze Zeit. Achso. Nee, bei mir nämlich nicht. Okay. Vielleicht ist ja hier am Ende, äh, des Weingartens noch etwas. Hm. Da ist noch ne Hütte. Oh. Mutatione. Oh. Eine Biene. Aber weit und breit keine Waffenkiste, ne? Nö. Ich seh halt auch wirklich nirgendwo was. Ich auch nicht. Und unten haben wir definitiv alles abgelaufen. Da war auch nichts mehr. Bin ich auch der Meinung. Oh. Warst du hier oben schon über dem Supermarkt? Da kann man hoch? Ja. Nee. Hier ist noch ne Aufbewahrungskiste. Ja. Mit Bücherregal. Äh, im nächsten Raum leuchtet auch noch was. Mhm. Hab ich auch grad gesehen. Äh. Aufbewahrungskiste und... Ausrüstungs. Das ist ne Ausrüstungskiste. Ah, okay. Dann haben wir alles. Warte. Hier ist nix mehr, ne? Ne. Okay. Wohin geht's dann? Ähm. Ähm. Ich würd vielleicht zu dem, äh, Spaltanker Coastside Plaza und dann da noch die Quest annehmen und dann nach rechts, wo, äh, Zeichen des Kontroll-irgendwas. Kontrollpunkts. Ja, und der Wahn verfallen müsstest du da auch noch haben, ne? Ja. Ja. Und dann könnten wir uns noch Angriffe angucken. Ja. So, ich wollt aber mal eben... Du sagtest Baupläne, kann man aufrufen? Baupläne. Ja, wenn du, äh, ins Inventar gehst und dann auf Baupläne und da kannst du dann die ganzen Reiter durchklicken und überall, wo das Puzzlesymbol Gold ist, kannst du die mit F aktivieren oder verschmelzen. Dankeschön. Mhm. Das ist ganz schön viel. Ja, weil man noch nie gemacht hat, ne? Ja. Oh. Ne Krumpel-Bll-Bll. Ne was? Ne Hamm-Krumpel-Bauplan. Ja, okay. Gesundheit. Oh, ein Requeue-Bürgen. Oh. Ein Camping-Messer. Oh. Hast du gesehen, unter Baseball-Schlägern, dass du Fische dehnen kannst? Nein. Ja. Du kannst einen gefrorenen Tilipay benutzen als Waffe. Oh, wow. Das finde ich eine coole Integrierung. So, und Rüstung habe ich auch. Oh, nice. Boah, ich muss gleich aber mal Feierabend machen. Ich erschrecke mich gerade vor allem. Mir ist gerade so ein Reh ins Bild gelaufen und selbst davor habe ich mich erschreckt. Ich habe das Gefühl, dass das eher schlimmer als besser wird. Das ist Entspannungstherapie, würde ich sagen. Doch stimmt, jetzt wo du es sagst. Das ist ein Mal. Naja, wir haben ja auch schon gleich 23. Uhr, ne? Mhm. Deswegen so langsam werde ich echt ultramüder. Und ich will halt auch nicht den Leuten so gerne ins Ohr schreien, wenn ich mich ständig erschrecke, weil ich habe gehört, dass das weh tut schon mal. Du hast doch jetzt einen Limiter drin. Mhm. Meine ich das nur, dass das Haus da mit dem, äh, mit dem Auge leicht auffällig. Dezent. Hm. Naja, erstmal den Spaltanker. Jo. Okay. Okay. Ja, die Server sind echt gerade. Hm. Ja, da oben ist auf jeden Fall eine Kiste auf dem Dach. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es eine Aufbewahrungskiste oder irgendwas sinnvolles ist. Oh, werden wir rausfinden. Da geh ich mal ganz schwer von aus. Aufbewahrung. Hm. Wär auch zu schön gewesen. Ja. Ja, der sieht nicht mehr so gesund aus. Nee. Äh, vielleicht sollten wir vorher die Quest annehmen. Vielleicht laufen wir jetzt hier schon Quest Points ab. Ja, das, das macht Sinn. Wo ist die denn? Äh, die ist hier nach Norden. Oh mein Gott. Hm? Siehst du das? Ja, es hat ein Babygesicht. Hm, hm, hm. Tötet es, bevor es Eier legt. Ja. Ich wollte es nur einmal zeigen. Oh, wow. Du kannst denen hier die Helme abschießen. Hm. Oh, wow. Oh, ähm. Cool. Und tschüss. Den Wahn verfolgen. Oh. Oh. Obala. Beutekiste des Gläubigen. Oh, ne Schatzkarte der Kultisten. Oh, ne Schatzkarte der Kultisten. Wo führt die mich jetzt hin, bevor ich da einfach blind links hinterher renne? Hä? Hm? Hm. Meine Karte zeigt mir nicht an, wo mich, äh, der Questmarker hinführt. Also doch mit einer weißen Linie, glaube ich, oder? Aber das ist ja... Oh, ne, das ist ein Through-Bild. Da will ich ja jetzt nicht nochmal hin. Können wir später machen, weil da müssen wir sowieso für die Kontrollpunktzeichnung hin. Okay. Hast du dir die Schatzkarte des Kultisten mal angeguckt? Oh. Das muss man machen? Ne, war einfach eine Frage. Ich wusste nicht, ob du es getan hattest oder nicht. Achso, ne. Aber ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ähm... Also wir haben oben rechts auf jeden Fall ein Dorf. Hm. Irgendwas komisches, eingekringeltes. Ähm... Ich bin auch grad am überlegen. Wär halt schön, wenn man sich die richtige Karte daneben anzeigen lassen könnte, ne? Ja. Und es muss ja relativ bergig sein. Ja. Und irgendwas komisches, so ein Kringel mit so... Keine Ahnung, irgendwas in der Mitte. Aber irgendwie... Mhm. ...hm... ...Morzellanpuppensammler... mmm-mm... Das fieber super eklig. Kann es sein, dass das vielleicht irgendwo in einem Gebiet ist, wo wir noch nicht ganz hinkommen, weil das sieht sehr, sehr bergig aus auf der Karte. das ist eine sehr gute idee vor allem dieses gekringelt es sollte eigentlich super auffällig sein außer ist es nur zehn millimeter groß ja gut das kann natürlich sein guck dir die map an ja ich kann es das da oben sein das gekringelte obwohl das ist nicht vielleicht sucht einen in der map und andere guckt dass die viecher hier nicht um einen rum spawn die machen ja nix genau die nicht aber ich schrei dann was so ja vielleicht muss man sich das mal angucken wenn man ein bisschen fitter im kopf ist das macht wahrscheinlich ganz viel sinn ich habe irgendwas gefunden was ich gerne aufnehmen möchte und hier ist auch die mystische truhe irgendeine puppe gescheitert die fliegt nach oben ich habe eine voodoo puppe bekommen nice cool i.o. oh mein gott ist hier viel ja von diesem sprengstoff ausrüstung set habe ich auch schon richtig viele bekommen ja ich auch ich glaube du kannst das sogar noch upgrade mit den sachen das würde sinn machen ansonsten wäre das einfach voll umsonst hast du gesehen was bei dir angezeigt wird wohin geht die disco ne aber ich höre die disco hier unten ist noch eine kiste hier ist noch eine kiste ich habe hier noch was auf dem dach ja ich sehe die disco kugel nee nee komm mal hier hoch das ist eine morph kiste das ist auch eine aufgabe saison ziel ja gut denn eine morph beutekiste auch da ist eine disco kugel es geht ja noch weiter in den turm rein kann es sein dass du tanzen muss an der einen stelle da hinten bitte ja ich habe aber gerade die waffen kiste gefunden ja die hole ich gleich ok da kletter ich dann noch mal hoch wie lange zockt ihr noch nicht mehr so lange wir sind echt super müde ja genau nicht dass ich hinterher die questbelohnung kriege und du nicht und wie tanze ich da hinten ist noch so ein roter bobble hinter dir ok jetzt musst du erstmal die viecher töten ne ne ich mein da hinten ist ein roter bobble und da musst du mit der disco kugel interagieren ah genau das ist voll cool zerstöre die große disco kugel ok achso oh shoot das war dumm ja oh was ist das denn oh ähm wenn du es schaffst auf die äh dinger drauf zu schießen auf die was ohne dass du ja ach shoot ähm du kannst auf die drauf schießen auf die viecher und wenn du die ähm dieses ding oben nicht triffst dann explodieren die nicht ah ok genau dann kannst du die dinger nämlich verwenden mhm nice oh mal drin oh jetzt müssen wir wieder tanzen oh ja klar kann sein dass wir zu langsam waren ne ne ich denke mal das ist die nächste phase ja gut das kann auch sein wir machen eine disco party stream alle hände nach oben mulu wo da wie gut ich hab dafür eigentlich keine geistigen kapazitäten mehr überhaupt nicht Mh. Und euch wird angegriffen. Jetzt nicht mehr. Doch. Puti Puti. Von wo? Ach da. Böh. 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 Event beendet. Ja. Loot. Da kommt der Loot runtergefallen. Ich seh ihn. Oh. Eine Glühbirne. Hä? Das war ja voll lame. Ja. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ich auch. Äh, wir haben hier noch nicht alle Kisten, ne? Äh, doch. Äh. Ach ne, ich muss noch an den Turm einmal hoch. Ja, genau. Ich hab noch nicht alle Kisten. Genau. Oh. Reise abgeschlossen. Guck mal. Ich schließe ein Notstand-Event ab. Ne, stimmt. Das mit der Disco war auf jeden Fall Notstand. Ja. Ja. Ja, du musst ganz nach oben laufen leider. Jetzt doch gar kein Problem. Also bautechnisch ist das hier aber nicht so ganz einwandfrei. muss ich sagen. Mhm. 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 Also. Wie ist dein aktueller Status? Äh, wir gehen nach rechts, machen den Kontrollpunkt neben den Teleportationsturm mit und gehen dann nochmal kurz heim und dann war's das, glaub ich, für mich heute. Ich, ich hätt gern noch das, äh, das Ding mit Angriff einfach nur mal angeguckt. Oh ja. Das machen wir auch noch. Weil das, das... Also erst... Ja, ich hätt jetzt erst Angriff gemacht und dann, je nachdem was das ist, ne? Ja. Ähm. Ja. Und wenn das jetzt sieben Stunden dauert, ähm, dann... Ja. Dann erster Angriff. Oh. Oh. Oh ja, ich war Jesus, ich habe wieder eine Wand durchtrennt. Die Wand hat sich vor mir geteilt. Ich hab schon wieder Durst. Kann doch nicht sein. Oh ja. Ja. So, was genau ist hier jetzt? Ich hab keine Ahnung. Muss man hier... Muss man vorher irgendwas aktivieren oder so? Hm. Hm. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hier ist gar nichts. Nö, hier ist nix. Okay. Vielleicht wird das ja irgendwann mal angegriffen oder so. Ja, das kann sein. Und dann jetzt, äh, zum Teleporter, ne? Ja. Ja, beziehungsweise eben zu der einen Quest, die kurz vor dem Teleporter ist und dann... Ah, ah, Hilfe. Stein. Oh. Auto. Oh. Starreln. Oh, man merkt so richtig, wie unsere Gehirnkapazität einfach nur noch nachlässt, ne? Ah, meine war schon zu Beginn nicht da. Ja, meine eigentlich schon, aber jetzt ist so gar nichts mehr da. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Hm? Ich hab ein Reh über den Haufen gedonnert. Ach so. Ich schieb dich jetzt einfach hier rein. Hi. Und bei mir hier ist irgendwie, ich glaub, der Quest Point. Ja, der ist unten drunter. Ja. Ja. Oh, da hinten leuchtet irgendwas. Ah, Truhe. Ja, perfekt. Müssen wir nur gucken, wo wir unten reinkommen. Ja. Hier hinten. Oh, ne. Hm? Oh Gott. Ach, das ist ja... Ach, ich muss das Höchste machen, ne? Hm? Ach, Mann. Mach das doch nicht mit mir, wenn ich keine Gehirnkapazität mehr übrig habe. Nee, ich muss neun und neun übereinander kriegen. So. Nee. Hey. Und nö? War es das schon? Nee, Moment, ich kann da immer noch was machen. Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss das nochmal von vorne machen. Hä? Hä, was muss ich denn tun? Das Passwort für den Datenspeicher lautet 9274. Ah. Hä, aber... Hä, das wird mir immer noch angezeigt. Was hast du denn da gemacht? Ich war da noch gar nicht dran. Ach so. Ja, gut. Dann sag mir bitte, was du getan hast, weil ich weiß nicht, was ich tun muss. Hm? Jetzt hast du das Dokument gelesen. Passwort 9274. Ja. Ach so. Moment hier. Und jetzt sind wir hier fertig, oder wie? Ja, cool. Ja. Wunderbar. Dann auf zum Teleportationstoren. Ja. Ja, Zuschauer. Ähm. Das Hirn ist Matsch. So eine weiße... Ach so. Ja. 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 Boah, meine Gehirn kann mal sehr... Ich muss schlafen gehen. Heute. Morgen früh um 10 Uhr geht's mit dem nächsten Stream weiter. Oh. So, dann ab nach Hause. Boah, ich war auch gestern der festen Überzeugung, dass heute Mittwoch ist. Ich habe gestern in meinem Stream gesagt, Donnerstag streame ich das nächste Mal, weil ich dachte, das wäre Dienstag. Ähm. Dann in dem Stream, wo ich hingeradet habe, habe ich gesagt, ja, Donnerstag ist der nächste Stream. Selbst da habe ich es noch nicht gecheckt. Ob was war's, ja. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und mir gedacht, ach so, Moment. Gestern hatten wir nicht Dienstag, gestern hatten wir Donnerstag. Mhm. Lass mich ärzt, ich bin durch. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen problematisch. Hm. Ja, aber ich glaube, ich würde jetzt auch Feierabend machen. Und, ähm. Ja, genau. Ja, ich würde dann, äh, ich gucke mal eben, ob Pinky live ist. Genau, also wir, äh, würden dann jetzt einmal rüber raiden zu Manni, damit die euch, äh, in die gute Nacht schickt. Ja, beziehungsweise zu Pinky und Pinky beschäftigt euch dann noch so bis zwei, drei Uhr. Genau. Ähm, also, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gehabt euch wohl und dann bis zum Morgen, denke ich mal. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Und dann, genau, äh, morgen zocken wir wahrscheinlich auch ein bisschen Once Human. Und einfach nur, um ein paar Sachen zusammenzukriegen und, und, und. Also, gute Nacht und, äh, viel Spaß bei Manni. Für die zwei Sekunden.